Der Run beginnt, woop woop! Los geht es! Gucken wir mal. Weiß ich mal, ich hab heute gesehen, irgend so ein Typ, ich hab schon wieder vergessen, wie er heißt. Detroit, Desteroid, irgendwie so, ja. Scheiße, ich vergesse den Namen immer, zwei. Hat er auf jeden Fall mit dem Namen. Hat heute einen, äh, genau, Dissortation oder so. Hat heute einen Run gemacht in unter 10 Minuten. Also das Speedrun. Und mittlerweile ist er auf einem Glitchlevel, das ist halt echt nicht mehr feierlich. Der teleportet sich nur noch durch die Gegend. Ich weiß, äh, unter 9 Minuten sogar, ja. Also ich hab keine Ahnung, wie er es macht, aber der, äh, also ich hab mir die Technik nicht angeguckt. Aber er gönnt sich wirklich... Richtig. So. Und er beendet natürlich hier so bei, wie Sachen so wie hier. Oh Gott, die Tür dauert mir zu lange, da beendet der dann den Stream, weißt du. Kranker Scheiß auf jeden Fall. So, den Boss unten, den bewahren wir uns natürlich auf. Die Grace brauchen wir. Für später. War ich das eigentlich gut? Eigentlich nicht, wa? Egal, nehmen wir da trotzdem mal mit. Aber wir sehen cool aus. Wir sehen cool aus. Und los geht es. Hallo Welt. Die meisten Sachen, die er benutzt, sind eh schon gefixt. Ich hab tatsächlich keine Ahnung. Ich hab mir das nicht so im Detail angeguckt. Ne, ich bin auf keinen Fall mehr Soulsman als Peter. Ich hab nur Elden Ring gespielt. Wie gesagt, bei Dark Souls hab ich das gespielt mit euch hier im Chat. Das war auch lustig. Aber das ist ja trotzdem nochmal eine ganz andere Geschichte als zu sagen, Joa, man ist irgendwo Main drin oder so. Ich warte nur darauf, dass ich halt, also ich mein, 4 Stunden ist natürlich auch schon mal ein langer Zeitraum. Ich warte direkt darauf, dass es den ersten richtig fetten Fail geben wird, wa? So, du rennst irgendwo hin. Und zack, gönnt dir der Baumbächter direkt auf die Fresse. So eine Geschichte. Direkt tot. Meinst du, wie im Training? Meinst du, wie im Training, ja genau. So einfach so, hey. Na? Hüse mit Jao. Und ab dafür tot. So, ich darf es jetzt noch zu Ende. Ich kann es tatsächlich jetzt gerade noch nicht beantworten. Jetzt gerade bin ich erstmal an dem Elden Ring Projekt drin und dann gucken wir mal weiter, wenn wir soweit sind. Sagen wir mal nicht an den Ratten stirbt. Aber ich bin an den Ratten, wo Peter seinen DLDU-Run verkackt hat. Und hier bin ich in meinem Run ja, also in meinem einfachen Playthrough ja auch gestorben. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Tatsächlich der erste Boss habe ich mich auch gefragt, aber da er nicht in den Regeln steht und mal das irgendwo gehört habe, ich weiß nicht, ob man Minus einen Punkt für den ersten Boss bekommen würde. Oder? Ich glaube, das hat er gesagt, dass es nicht so ist. Also, dass du da keinen Minuspunkt für kriegst, weil das halt nicht ausweichen kannst. Ja, du könntest ihn ja machen. Außer du machst ihn halt. Ich meine aber gelesen zu haben, das wäre außerhalb der Rechnung. So. Jetzt kann ich den Chatbuch noch mal berichtigen. Ja, du geile Sau. Ja, finden wir gut. Und los geht es. Aloha. Wir haben ein Pferd. Und ja, ich spiele mit Mossen-Tastatur. Wenn er nicht klarkommt, ist mir eine Latte. So, los geht es. Da, da, da. Kannst du dich auch einmal hinsetzen, um die Würfel zu deagronen. Genau, das habe ich gerade gemacht. So, jetzt holen wir uns hier vorne auf jeden Fall den Stein. Und ich quatsch jetzt mit der kurz. Just in case, ja. Und los geht es. So. Alles schon mal nice. Wir fahren dich auf jeden Fall direkt in der Rune. Dann nehmen wir den Tisch mit. Da vorne ist das Ding, was wir haben möchten. Diesmal lassen wir uns nicht von dem, äh, Riesen vom Pferd zischen. So. Guten Tag. Und jetzt gehen wir hier wieder runter. Und nächster ist, äh, Friedhof jetzt gleich. Hier vorne sitzt so ein Dude. Auf dem Stuhl. Den nehmen wir mit. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn wir sowas sehen, ja. Wenn das halt sechs Schritte sind in der Richtung, dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. So. Gott. Tatsächlich bei dem Friedhof jetzt mittlerweile immer Angst, ich an dem vorbei renne. Da vorne. Dann nehmen wir uns die Runen auch mit für den Start. Das ist auf jeden Fall. Schon mal. Gut. So. Hallo. 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 Was bist du? Okay. So. Dann gehen wir hier oben hin. Hoppala. Und rennen den Weg bis zur Chilikröte. Chilikröte. Die Grace hier nehmen wir uns mit, weil hier kann man nachher ein Boss spawnen. Das weiß ich. Auch so ein Klangperlenjäger, ne? Äh, ja. So, dann drüber mal ein Stück. Hier, du musst auf Toilette, ist ja kein Problem. Dann kannst du ja kurz. Viel schlimmer wird's, wenn ich auf Toilette muss. Dann muss ich dafür extra ins Hauptmenü und so weiter. Das ist schon dann kacke. Da, 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 da. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Genau. Und der Todesfugel ist auch noch in der Nähe, ja. Hallo. Ich schelpe dir jetzt nicht. Äh, die Punkte werden nicht automatisch gezählt. Aber der gute Marius ist so frei, die für mich einzutragen. Juppi. Äh, nicht so frei, so freundlich. Marius ist auch frei. Aber generell ist er auch freundlich. Minus drei Punkte, wenn ich Alexander nicht helfe. Dann nehm ich minus drei Punkte. So, hier vorne ist noch ein Friedhof. Und dann gönnen wir uns einen Schildkröten-Talisman. Ja, dann. Hoppala. Ja, ungefähr. Sag mir nicht, dass ich an dem scheiß Friedhof wieder vorbeigerannt bin. Ach, ne, da unten ist er. Ach, genau. Stimmt. Scheiße. Ich habe ja mich extra dafür entschieden, andersrum zu laufen. Fuck. Fuck, die ersten Sekunden verschleudert. Wir machen ja erst die Schildkröte und dann den Friedhof da unten. Weil wir dann einfach da runter springen können. Oh, oh, oh. Die Grace da hast du? Ne, stimmt. Die Grace habe ich jetzt nicht. Läuft schon mal. Okay, die holen wir uns noch kurz. Die Grace da. Ja. Und dann nochmal. Direkt Overrestart. Nein, ist schon okay. Passiert. Passiert, passiert. Echt schon krass, dass wir jetzt schon mal der Weltrekordzeit wären. Ja, weil das ist wirklich krass. Jetzt wären wir schon durch. Das ist wirklich krank. Ähm. Aber hey. Jeder hat ja so die Sache, auf die er Bock hat, zu spielen. Und wenn er sich da so sieht, so zu zocken, finde ich das halt saucool irgendwie. Der Marker war aber mal gut, Dennis ey. Geht so eigentlich, was? Ein paar Meter waren noch daneben. Dafür, dass du die gesetzt hast, ohne dass du die Karte hast, war das nicht schlecht. So. Aloha. Schildkröten-Talisman. Geil. Und weiter geht's. So, jetzt rennen wir hier runter. Aber an der richtigen Stelle. Gehen wir uns doch schnell zum Friedhof. Nehmen die Runen natürlich mit. Da ist sogar eine Fünfer-Rune dabei. Finde ich echt, äh, nicht schlecht. Sich die so zu gönnen. Schon nice. So, und das ist nur ein Buch. Das brauche ich nicht. So, dann kommen wir hier jetzt ganz runter. Wollen wir mal. Nicht direkt sterben. Wäre so nice, auf jeden Fall. Und haben wir das auch. Das stimmt, mit dem Run hat er nicht alle Glitches first try gemacht. Ja, das habe ich auch gesehen. Also ich habe mir den Run auch angeguckt. Nicht nur, dass er alle Glitches nicht first try gemacht hat. Der hat auch zusätzlich noch, ähm, ganz oft beim Raustabben verkackt. So, Kirche, Amerika, haben wir. Auf zur Burg Hey. Es gibt bisher keine Pläne für Lego, äh, für die Lego Skywalker Saga bei uns zum Kanal. Danke Natsu Pascal und Juni und Serge. Dankeschön für die Subs und Resubs. Sehr freundlich. Ich bin mir grad nicht sicher, Dennis. Hast du bei dem, wenn du gleich mit der Kiste den Port machst. Ja. Ähm, geplant die Grace unter der Burg mitzunehmen? Äh, unter der Ruine meine ich? Ja klar. Da muss ich mich halt dran setzen, weil ich ansonsten in der Falle gefangen bin. Nein, 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 nein. Nicht unten in der Höhle. Bevor du den Port machst, unter der Ruine ist eine Grace, die man benutzen könnte, auch relativ schnell zu der Brücke. Zu kommen zu dem Gefängnis-Leifer, wenn es dann ans Falle geht. Das würde ich damit nehmen, wenn das nicht dabei ist. Äh, da weiß ich halt, also Jakob muss machen. Da müsstest du mir gleich nur ganz kurz sagen, wenn du weißt, wo der Eingang dafür ist. Ja, die ist halt einfach auf, äh, auf der Wiese. Auf Höhe von der Ruine, wo der Port drin ist. Das ist eigentlich nicht zu verfehlen. Eigentlich nicht zu verfehlen. Also werde ich druck vorbei laufen. Gute alter Eigen. So, hier hoch. Leider. Den töten. Und vorbei. Und nach oben. Da, 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 da. Und dann, äh, gucken wir von da aus dann mal weiter. Hiernach geht es dann, wie gesagt, zum Ratten-Teleport. Guck mal, da ist noch einer umgefallen. Geil. Geile 64. Fette. Harnspunkte. So, dann wieder zurück. Ich mache heute die ganzen 4 Stunden, ja. Gibt es Leute, die teilen die auf? Oder die Frage, weil du im Training ja nicht die ganzen 4 Stunden gemacht hast. Ach so. Das stimmt. Ja, da ging es ja eher darum, so die Vorroute zu machen. So. Diesmal gönnen wir uns auch den Stein, der hier vorne ist. First Try. Aha. Äh, wo ist denn da die Grace? Die Grace? Die Grace ist, wenn du die Map aufmachst, unten, also links von diesem großen Steingebilde. Also wenn du jetzt rechts einfach noch auf die Wiese läufst. Okay. Ja, da musst du den ganzen Weg halt nachher nicht nochmal rennen. Und wo hier? Da rechts von dem Bogen. Hinter dem Bogen. Ah, da. Dankeschön. Nehmen wir mit. Gut. So, und dann ab da unten rein. So, jetzt hoffe ich einfach mal direkt, dass der Port funktioniert. Mit Training und so weiter hat er funktioniert, aber hey, who know. Und weg. Okay, sehr gut. Wunderbar. Haben wir das gemacht? Ja, komm. Die ganzen Tränen und goldenen Saaten, die macht Dennis glaube ich nachher alle auf einmal. Ja. Jetzt gerade brauche ich die ja noch nicht. Und diesmal schießt er nicht auf mich? Na gut. Besser zu viel rollen als zu wenig. Und dran. So, an die müssen wir uns jetzt einmal dran setzen, weil sonst sind wir in der Falle gefangen. So, und jetzt haben wir hier links gleich den geilen Doggy, den wir uns holen. Und zwar genau das hier. Und dann rennen wir direkt rüber. Und gönnen uns noch einen Zauberspruch und den Metroids-Stab. Und dann geht's nochmal zur Kirche of America und wir teleportieren uns oben zum Beast. Ich hab den Run von Pony nicht gesehen, nein. Ich hab nur gesehen, nur der Chat hat mir verraten, 443 Punkte ist natürlich krass insane. Allergrößten Respekt daran. Fand ich krass. Das ist schon... Das ist schon ein Brett. Das ist eine Hausnummer, ey. Definitiv. Das ist absolut eine Hausnummer, ja. So. Diesmal versuchen wir... Angreifen und blocken auf Tastatur ist links klick und rechts klick. Ganz einfach. Und dann mit Shift modifier. Jawoll. Diesmal haben wir den Stabuchdack beim ersten Mal angekriegt. Musste nicht zweimal rumrennen. Die Mimik zu holen ist relativ schwer in dem Boss Rush, weil du dafür Radar töten musst. Ja. Leider gibt es die Regel, dass man keine NPCs in Bossfights beschwören darf. Anders gesagt, müsstest du Radar ohne die Hilfe von den NPCs machen. Was sehr schwer ist und auch dann zu lange dauert. Und cheesen darfst du den auch nicht. Weil alle Gravity Kills sind verboten. Ja, der anderen Cheese, wenn man so nennen möchte, wäre halt dann mit Rot. Also mit dem Rot Breath und dann einfach die ganze Zeit kiten, ob ich da versucht hatte. Aber das ist schwer. Ja gut, aber das ist für mich, also das ist zumindest kein Glitch. Ne, das wäre machbar. Aber es lohnt sich halt nicht. Dafür. Ich denn, ich wusste, dass man Radar mit NPCs machen konnte damals. Hey, ganz ehrlich, ja. Hey, meine ersten fünf Runs oder so. Ich bin auch fünfmal in den drei. Also erstmal habe ich mich überhaupt, glaube ich, zehnmal oder so von seinem fucking Gravity Pfeiler treffen lassen. Und war quasi instant tot. Bis ich dann irgendwann so ein bisschen den Rhythmus raus hatte. Und, äh, danach waren... Hab ihn aber geschafft. Ja, Respekt. Ich sag mal nicht, dass das unmöglich ist. Aber, ja. Ich glaube schon ein bisschen schwieriger, als wenn man das anders machen würde. Guten Tag. Hallo, lieber Drache. Du hast uns lieb. Digga, schüttest du uns jetzt nicht. Ich dachte ganz kurz erst, der ist abgehoben. Und würde quasi instant wieder landen, weißt du? So einen richtigen Räudigen machen. Aber hat er nicht. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Friedhof mit, äh, drei netten Hühnchen. Die nehmen uns natürlich mit... Oh, vier sogar. Entschuldigung. Und... Hopp. Zack. Wie gesagt, immer noch, man kann direkt in den Turm hoch... Bleib mich am Arsch. Man kann immer direkt in den Turm hoch springen. Aber... Da hat... Hab ich schon so oft nicht... Äh, nicht geschafft, dass... Ähm... Ja. Ich mir dann dachte, nope. Kann mich einfach nicht entscheiden, was für eine Waffe du spielen willst. Ach, ganz ehrlich, einfach darauf du Bock hast. Äh... Ich find diese Double-Giant-Crasher-Dings fand ich auch ziemlich cool. Das find ich auch cool an, an Elden Ring. Oder ich hab jetzt die anderen Dark Souls-Teile auch nicht so gespielt. Aber dass du halt auch einfach einmal wieder umspecken kannst und dann alles andere spielen, ne? Ja. Du hast ja verschiedene Start-Stats, die du mit so zehn Level dann wieder ausgleichen kannst. Ja, ich weiß auch, als wir... Äh... Also, Marius und ich haben das Spiel mehr oder weniger parallel durchgespielt. Und... Äh... Waren auch immer im Discord zusammen. Und... Da hatte ich am Anfang ganz ehrlich voll Schiss, dass man halt nur irgendwie eine Larve oder so bekommt, um sich zu respecken. Ja. Da sitzt er so... Oh, soll ich das jetzt machen? Oh, ich hab mich aber richtig scheiße geskillt. Es ist Nacht. Scheiße so. So. Der Stein bringt einen weiteren Spell-Slot, den Dennis dann benutzen kann. Den Speicherstein, den er hat. Genau. Und... Hopp. 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 Da hoch. Und jetzt wissen wir ja, durch die geilen Leute, die ihr seid, dass ich erstmal hier links ran vorbei laufe, um dann sofort rechts ran vorbeizulaufen. Und dann können wir direkt da hoch springen. So. Weil... Genau. Memory Stone, Grails Friedhof. Haben wir gemacht. Jetzt kommt Fort Verrock, Dektus rechts, Serverruhne und äh, den Talisman. Und das auch hoffentlich alles in einem Mal. Ohne zu sterben. Weil beim letzten Mal zum Beispiel bin ich hier auch einfach verreckt an dem niederen Erdenbaum. Der ist dann gespawnt, hat seine komischen Teleports äh, äh, nicht Teleports, seine Glimmstorm Pebbles gespawnt. Hab mich angeguckt. Ich hab zurückgeguckt und hab mich umgefallen. Dann... Dann war die Sache erledigt. So. Der Weg ist halt viel kürzer, als einfach komplett um den Berg rum zu rennen. Deswegen nochmal vielen Dank dafür. Ja. Mir fällt auch gerade auf, wie viel krank 443er Bounty ist. Absolut. Zehn von zehn krank. Dann mach Gnade berühren. So, Dektus rechts. Zwerberruhne. Und... Den Talisman. So. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir kein Gift abbekommen. Oder nicht so. Oh, Digga. Doch, scheiße. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil wir am Anfang keine großen Resis haben. Weil natürlich hart beschissen ist. Da haben wir Dektus rechts. Springe runter. Trinkenschluck. Und rennen. So. Und den Rest hoffe ich einfach, dass wir den jetzt in einem Mal machen. Weil hier vorne gibt's dann einmal die geile Rune. Hier springen wir drüber. Watte eins. Watte zwei. Ist mir alles Latte. Da haben wir's. Nice one. Kill mich. Danke. Huh. Okay. Hat funktioniert. Definitiv immer tricky. Kann natürlich viel schief gehen. Als nächstes dann, äh, Träne unten in der Kirche. Genau. Jetzt Träne unten in der Kirche. Heißt, wir springen hier vorne, hier links runter. Da gibt's nämlich, äh, hier vorne auch nochmal so'n... Ja, wie nennt man die eigentlich? Windstrudel? Ja, so'n Ding hier. Renn zu der Kirche da vorne und gönnen uns da halt auch noch die Träne, weil die halt quasi mehr oder weniger direkt nebenan liegt. Na? Spirit Jump heißen die? Okay. So, dann... Die ist mir gerade egal. Dann machen wir Teleport. Bis da vorne. Laufen jetzt am Schloss vorbei, holen uns noch die Träne, die Greys und dann geht's zum Roundtable. Ich weiß gar nicht, ob ich diesmal eigentlich ganz gut in der Zeit liege oder richtig mies. Das ist, glaub ich, äh, ein bisschen schneller als im Training. Ah, bis jetzt ist auch noch nicht so viel schief gegangen. Aber hey, manche ist kann ja noch werden, ne? So, äh, was ich auf jeden Fall mal ganz kurz machen kann, ist das... Da rein. Die Glocke zum Beschwören holt Dennis sich später am Roundtable für 200 Ruhnen oder so. Genau. Und zwar nach dem, was wir jetzt tun. Ich bin deutlich schneller als im Training. Hier war ich bei Minute 38. Naja, das wär krass. Zehn Minuten. Also, das wär ja aktuell fast ein Drittel der Zeit, die ich gespart hab. Oh, what the fuck. Killerhund. Oh, what the fuck. Killerhund. So, dann rennen wir jetzt ganz kurz noch bis da vorne links zu der Kirche. Um uns da die letzte Träne zu holen. Dann können wir das nämlich sofort alles in einmal abwaschen. Und zwar diese. Dann wieder zurück. So. Hallo. Jetzt gehen wir in den Roundtable. Wir verkaufen alle Runen, weil das schneller geht als sie zu poppen. Machen kurz die Rotkäppchen-Quest. Level 3 auf Decks und den Rest auf Int und Stärke. Äh, auf, äh, auf, äh, auf, äh, auf Int und Geist. Poppen, ja. Da hast du zugehört, wa? Na klar. Nerdcrew, dankeschön. Und Rosencool Gesicht ebenso. Aloha. Dann können wir mit dir schon mal reden. Bla bla bla. Ne, Moment, wir müssen ein paar Mal mit dir reden. Ne, mussten wir nicht nur zweimal. So. Hallo Schmied. So. Verkaufen. Das heißt, wir verkaufen. Die, 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 die. Kannst du noch edlen? Aber, platzen kurz mit ihr. Die Ketten sind mir egal. Ich muss wieder zu ihr zurück. Eine Glocke kochen, nicht vergessen. Ne, vergesse ich nicht. Wieder zurück. So. Jetzt erzählen wir dir noch ganz kurz, dass alles cool ist. Und ab dann sollte sie da sitzen. Sehr gut. Meister Dingsbums findet das auch gut. Jetzt hier vorne. Jetzt kaufen wir uns die Glocke. Kaufen. Glocke. Äh, Spekerplätze habe ich drei mehr Brause. Das brauche ich gerade nicht. Und sonst brauche ich hiervon auch nix, wa? Ne. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier vorne hin. Nichts, dass wie beim letzten Mal ist. Hast du Asch auch schon ausgerüstet? Habe ich schon ausgerüstet, ja. So. Zack. Ja, Asch ist ausgerüstet. Ähm. Ähm. Genau. Jetzt ab zum Teleport für die Academy. Na komm. Oh ja, stimmt. Alle Flaschen werden Mana ändern. Du hast absolut recht. Das wollten wir natürlich... Ja gut, okay. Wir haben uns jetzt kurz gepustet. Ne, brauchen wir ja nicht. Oder? Wir machen ja den Dings nicht. Ne, ne, ne. Äh. Nicht genug goldene Saat. Aber hier trotzdem verstärken. Ja. Da kriegst du ja gar schon ein bisschen. Okay. Und die Aufladung verteilen tun wir natürlich trotzdem. Mal ein bisschen Mana brauche ich ja, damit ich... Au! Äh. Scheiße. Dann mach ich jetzt einen Ticken zu langsam. Belastend. Dann müssen wir noch Zauber lernen. Ja, der Timer ist nur ein Richtwert, der pausiert beim Laden nicht. Genau. Der Timer ist nur ein Richtwert. So, damit wir wissen, halt ungefähr wie gut wir in der Zeit liegen. Beim letzten Mal habe ich, äh, auch den laufen lassen. Aber da muss dann acht Minuten drauf gerechnet werden. Auf jeden Fall müssen wir so jetzt nicht die ganze Zeit gucken, wie weit ist man. Und man wird nicht so paranoid, sondern du kannst da drauf gucken und dann weißt du halt Bescheid. Und ganz am Ende weißt du dann, klar, gucken wir dann mal von den Ladezeiten, wie weit wir wirklich dann gespielt haben. So. Und jetzt könnten wir halt hier auch die rufen. Also haben wir alles eingestellt. Alles gut. Haben wir gemacht. So. Nehmen wir mit. Und. Diesmal lassen wir uns dann auch nicht töten. Ja. Jetzt haben wir hier vorne noch eine Grace. Die da vorne. Und von da aus rennen wir dann da in die kleine Kirche rein und gönnen uns den Academy-Teleport da in dieser Kapelle oder was das da ist. Dieses kleine Ding hier vorne. So. Und reisen. Irgendwo wurde der Plan falsch geschrieben. Das tut mir natürlich sehr leid. So. Dann holen wir uns die. So. Das nächste ist Drachenschlüssel holen. Achso. Weil es kein Dulu ist. Äh. D-L-D-U. Achso. Ja. Gut. Okay. Ja. Es ist BBR. Dann heißt es halt anders. Es ist halt D-L-D-U von Elden Ring. Und Leon hat es gemacht und nicht Matteo. Ich glaube das ist das Wichtige bei den internen irgendwie. Mir ist das doch Latte. Ja. Du könnt es auch Günther nennen von mir aus. So. Dann haben wir hier vorne den geilen Dragon. Und dann da vorne rechts die nächste Grace. Wo wir uns dann kurz dran setzen. Weil da verliert der Drache dann die fucking Akku. So. Und weg. Eine schlimmer schnelle Schüssel der Akademie haben wir damit. Davon ist die Grace. Vielleicht wärs sogar schneller wenn wir dich umbringen. Du bist ja sofort wieder hoch. Ja aber dann kriegst du von dem. Ja stimmt. Du hast recht. Könnte sein. Was ist die mögliche Maximalpunktzahl? Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht was die theoretisch. Wie viele Bosse gibt es? Über 300? Ja genau. Es wär minus einen Punkt. Die Frage ist ob es das Worth ist. Ja gute Frage. Kann ich dir natürlich nicht genau beantworten. Hey was soll das? Sieben untersuchen. Ähm. So. Dann gehen wir jetzt rein. Und gönnen uns die Grace die da vorne ist. Und gehen kurz zum Ende der Brücke. Weil da noch eine goldene Saat liegt. Außer wir werden auf 157 geschätzt. Kann man das nicht einfach zählen? Wir gehen Richtung Ende auf jeden Fall. Das. Das. Äh. Der Vorbereitung. So. Dann haben wir den auch noch. So. 167 ist die Zahl die du kennst. Krass. Wenn es 167 sind. Dann hat Pawnee fast die Hälfte aller Bosse getötet. What? Mit 400 Punkten. Wenn du für die ersten kriegst du vier. Sagen wir er hat drei Bounties gelegt. Das sind 30 Punkte. Dann hat er noch. 400 Punkte gemacht. Durch fünf. Wenn acht. Alter. Was das für ein kranker Bastard. Junge. Oder? Mit. So. Jetzt laufen wir davon noch zu der Kirche. Und. Also laufen daran vorbei. Weil wir eh da lang müssen. Und. Rennen dann zum Aufzug. Weil wir da noch eine Träne kriegen. Die wir quasi dann for free einfach mitnehmen können. Und das ist ja. Erstmal was Gutes. So. So. Gut. So. Trainer. Der macht aber nicht. Alle kann er nicht gemacht haben. Ne. Vier Stunden. Alle Bosse. In Elden Ring. Mit einem fresh character. Digga. Never. Das fühle ich gar nicht. Also vielleicht ist das irgendwie machbar. Das fühle ich trotzdem nicht. Er hat recht viel Zeit verschwindet. Weil er nachgeschaut hat. Wo es als nächstes hingeht. Er muss halt bei den Bossen dann super brilliert haben. Einfach. Also wir sind davon wirklich so. Hey. Da ist ein Boss. Renn da hin. Ich mach ihn first try. Ab dafür. 39 Punkte sind theoretisch möglich. Er ist nur zweimal gestorben. Ja. Ist krass. Ist auf jeden Fall krass. Er ist in der Zeit aus dem Game rausgegangen. Der pausierte Timer. Ja okay. Ist okay. Ist okay. Ich seh da nix Rickendes bei oder so. Ich muss ganz kurz das Ding hier ausziehen. Ich hab meine PS5 immer noch nicht gelandet. Oder weshalb. Ich spiele nicht am PC. Ich spiele am PC. Weil PC viel geiler ist. Als jede Konsole die dieser Planet bisher rausgebracht hat. So ist er nämlich. So ist er nämlich. Facts. So siehts in mir aus. PS5 beste. Direkt Timeout. Direkt Timeout. Zwei Jahre Timeout. Wir bannen dafür niemanden für seine Meinung. Nur Timeouten. Für immer. So. Wir gönnen uns jetzt hier vorne noch die Greys. Die da ist. Da oben links ist eine goldene Saat. Die nehmen wir natürlich mit. Und von da aus rennen wir dann zur Giftburg im Norden. Dann sind wir auch fast durch. Da war ja die Frage ob du die anderen beiden auch noch mitnehmen willst ne. Die da rechts? Achso. Die da rechts. Die da rechts. Ja. Ne. Also die würde ich nicht. Die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich würde jetzt sofort in den. Erst in den Dings gehen. Achso. Ja. Äh. Richtung Rapier laufen. Einfach weil ich glaube dass wir durch Limgrave und so weit genug kommen werden mit dem was wir haben. Ja wollte ich auch sagen. Warst du dann glaube ich auch nicht. Und da fährt es nochmal irgendwie anderthalb Minuten. Kann man so oder so sehen. So. Wir reden jetzt noch zu einer Greys und dann machen wir zumindest den ersten Gegner. Der aber Gott sei Dank kein Boss ist. Genau. Da. Und da. Äh. Ausrufezeichen Boss Rush habt ihr die Möglichkeit. Euch. Äh. Die Informationen und die offiziellen Regeln durchzulesen und ähnliches. So. Jack the Hammer. Dankeschön. Toilitus. Robin. Gerne hart reinlunzen. General useless. Ne. National. Dankeschön. Für die Subs und Resubs. Hup. Erstmal aufstoßen. So. Wir holen uns jetzt für den Just in Case das Versage. Mach ich den. Mach ich den Umweg aber. Ähm. Weil. Who knows. Brauchen tue ich die eigentlich nicht die Greys. Und. Knapp anderthalb Minuten reiten wenn du stirbst. So. Und das kann halt wirklich sein. So. Und wir werden heute. In dem. Äh. In dem Run den wir heute machen auf jeden Fall. Ich sag mal so. Die etwas sicherere Methode nehmen. Mit. Yo. Pass auf. Hier. Degrace nehmen wir mit. Degrace nehmen wir mit. Und morgen können wir dann immer noch grandios verkacken. Hahahaha. Hahahaha. So. So. Beginnen wir den ersten Kampf. Ach scheiße. Ich hab meine. Hier die Flasche der Wunderndersamen Arznei. Hab ich gar nicht aufgefüllt. Egal. Brauchen wir für den Kampf nicht. Fat Abe. Dankeschön. So. Wo bist du? Können wir kurz wieder abgucken. Schlawunzeln wir jetzt einfach ein bisschen weg. Natürlich. Klar, dass das jetzt nicht funktioniert. Jetzt? Jawoll. Nice. Nice worden. Das ging auf jeden Fall auch schneller als gestern. Wollte grad sagen. Wo ist man? Freitag. Äh. Freitag, ja. Geheil. Nice worden. So. Ja. Wir sind gleich. Wir können uns sofort porten. Du musst auf jeden Fall noch den Talisman. Da hast du den Talisman schon geändert? Den Talisman hab ich schon geändert. Jetzt gehen wir uns das Hähnchen holen. Äh. Die Greys unten am Tunnel. Und dann machen wir White Dragon und dann gehen wir zu den Bounties. Das ist der Plan jetzt. So. Und die. Aber da. Der Eingang ist ja. Hopp. Der Eingang zu der Höhle ist auch ganz links. Oder? Der ist doch jetzt. Der ist doch da. Genau hier. Ja. Genau hier. Ja. Nice nice. Willst du da kurz deine Arznei machen? Ja. Können wir sofort tun. Alter. Wo ist denn? Da ist die Greys. Machen wir die Arznei kurz mit rein. Brauchen wir auf jeden Fall für die Bosskämpfe gleich. Dafür ist die schon wichtig. Äh. Flaschen. Nein. Oh. Scheiße. Ich sollte mich unbedingt angewöhnen vorhin darüber nachzudenken bevor ich irgendwas tue. Aber wir haben gerade noch die Möglichkeit zwei Level aufzustellen. Und das sollten wir natürlich tun damit wir gleich genug Damage machen. Ich frag mich immer noch ob ich eigentlich die äh die Dings mitnehmen sollte. Die Laterne. Weißt du? Ja. Oder? Es ist teilweise so dunkel in manchen Höhlen. Na stimmt schon. Ich mache nur zwei Runs. Ja. Maximal. Für mehr habe ich leider nicht die Zeit. Da haben wir den geilen Federfuß. Dann kannst du dich ja jetzt schon packen oder? Ja. Kann ich noch nicht. Ich versuche die Karte zu öffnen. Ah. Du musst ein. Und? Dann natürlich mit. So. Und. Walla. Los geht's. Acht Minuten Q&A. Ja. Acht Minuten Q&A. Da war jetzt ja noch die Anmerkung, dass du jetzt vielleicht zaubern solltest. Dann. Wtf. Warum mach ich das? Äh. Hat das schon irgendeine Waffe 2 hinlegt? Ne das macht ja keinen Unterschied. Wie viel Damage wird dein Meteor ausschlag daher zu machen? Kannst du ihn nochmal aufsetzen? 200. 200. 200 ist noch nicht schlecht. Äh. 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 Das ist dein Drachen-Cheese. Der Drache ist für die Runs nicht gewandt. Regeln lesen. Meine Damen und Herren. Du darfst den Drachen nur nicht mit Bleed und Frost und Poison töten. Was wir nicht tun. Wir benutzen keins dieser 3 verbotenen Elemente. Und jetzt gleich werden wir hier Dingsen. Schon irgendwie Cheese. Ja. Mag sein. Ist aber erlaubt. Ist halt genauso erlaubt Elden Ring-Stuff-mäßig wie sich irgendwo hinter einem Stein zu stellen, wenn das machbar ist und von da aus den Gegner Sneaky zu töten. Ja. Also solange es kein Glitch ist, ist es erlaubt. Also alles ist okay. Wer hat Rotten nicht mit auf die Liste gepackt? Das weiß ich nicht. Aber tatsächlich finde ich das auch nicht so schlimm. Weil, guck mal, was für eine Arbeit man sich machen muss, damit man bis hierhin kommt in Relation zu einer Bleed-Waffe. Also ich finde, der Zeit-Invest, den du hast für den Return, war schon okay. Okay. Voila. Warum ohne den Spirit? Na wir haben schon probiert, wenn du den Spirit hier beschwörst, der steht hier vor und guckt sich das die ganze Zeit an. Ja. Die Spirit Ash findet keine Hitbox von denen. Wo hast du gemacht? Ja. Jetzt, äh. Na komm. Können wir jetzt die Waffen wieder nehmen eigentlich schon? Ja. Zwei-Händig wäre stärker für die einzelnen Attacken, die Dennis macht, aber ich glaube, die Hitten so oder so nur für 10 oder 20. Ähm. Der Rod-Bilder wird davon aber nicht verstärkt. Also ja, Rod ist von mir aus eine Form von Poison, ist aber in Elden Ring ein anderer Status-Effekt. Genauso wie Bleed, könntest du ja auch sagen, ist eine Form von Poison. Ja. Macht halt kein Damage over time, sondern sobald der Prock-Counter voll ist, prockt der den ganzen Schaden in einmal, während Poison halt den Schaden verteilt macht und so. Ey, es sind nur die drei Sachen verboten. Du könntest es auch mit Lightning machen und so. Und du, ganz ehrlich, du müsstest es nicht mehr dorthin machen. Du könntest ja auch eine Taktik ausdenken, um die fünf kleinen Drachen da vorne zu töten. Na? Also es ist alles erlaubt. Wiese haut er in der Hecke. Das fand ich gut. Der stirbt nach den fünf kleinen Drachen, ja. Dennis hat vor, alle Bounties zu machen. Also alle vier. Oh, komm schon. Ich nutze das Federfuß-C gleich kurz bevor der Umfeld, ja. Um da nochmal ordentlich Erfahrungsmittel rauszuholen. Der kleine Umweg, den man da gemacht hat, der ist dann halt quasi rechnerisch 25k Runen wert. Das ist also absolut fein. Man hätte sich noch den Runen-Talisman... Aber ja, Moment, warum haben wir das nicht gemacht? Man muss den Gegner da vertöten, oder? Boss, oder? Ne, ist der nicht in dieser Rot-Höhle? Wir haben noch viel zu wenig Resistenzen. Stimmt. Jo, stimmt. Der ist in dieser Rot-Höhle, die man nicht überlebt. Du hast ja wirklich noch nichts an Resistenzen. Du bist Level, keine Ahnung... 10? 15? Du würdest dann an Skar der Rot-Höhle verwerben. Der ist in der Rot-Höhle und... Was machen wir hier hinter dem Boss? Okay, sehr gut. Wann werde ich hier genervt? Diese schreiben ich heute nicht. Könnte man sich auf jeden Fall überlegen, ob man den später noch macht. Weil das sind ja zwei, ne? Das auf jeden Fall, ja. Wobei dafür wäre hier Bloodhound-Stash ganz geil. Dafür müsste man den Vorhaber den Kavalerist auf der Brücke töten, ne? Ja, ich glaube wir kommen eh so ab... 2 Stunden 30... An einen Punkt, wo wir... Nicht mehr einfach nur in dem Geld rumrennen können. Ne, da geh ich auch von aus. Den kann man mit Poison locken und damit killen. Das ist richtig, aber das darf man nicht. Genau das ist explizit verboten. Du darfst den nicht mit Poison infizieren. Und Gravity-Kills sind verboten. Das heißt, du kannst dann auch nicht die Brücke hier runter yeeten. Bis gleich. Alter, ganz ehrlich, wie viele Leute fragen, ob das nicht verboten ist, ja? Oh Gott, lesen sich Leute in den Regeln mal genau durch. Regenst den Tag vor da, um den perfekten Weg gerade vorbeizufinden. Genau. Es ist abgesprochen und es ist erlaubt. Ich habe meinen Takt in Leger und Tats gesehen und meinte... Also er war auch der Meinung, hey, so viel Zeit investieren, wie man da reinstecken muss, um das zu machen. Ist das legit. Ich meine, das ist halt in Relation zu... Jo, wir holen uns ein Blatt... Einfach Blutung und killen ihn damit weg. Das ist halt schon eine andere Geschichte. Die wir hier machen. So, wir haben Gandalf. Und weiter geht's. Der goldene Frühstück, glaube ich, drei Minuten. Das dauert nicht mehr lange. Das dauert nicht mehr lange. Du seht ja da oben links die Lebensanzeige. Ja, jetzt muss ich das letzte Mal kurz Rob triggern. Ach komm, Rot, Trigger. Alter. Aber jetzt. Das wäre jetzt, wenn ich den zu früh gezündet hätte. Den Fuß. In der Zeit haben andere Elden Ring schon durchgespielt, das ist richtig. Sechsmal. Fünfmal. Hast du einen Fuß? Habe ich drin. Ja, super. Dankeschön. Ich glaube, der Fuß hält drei Minuten. So, auf jeden Fall. So. Stufenaufstieg. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt auf. 35 hier. 20 da. Und. So, machen wir erstmal. Kraft. Nee, Quatsch. Bullshit. So, machen wir das erstmal. Wunderbar. Und. Dann. Gönnen wir uns jetzt. Die ersten Punkte. Dominanz gezeigt. Da gegenüber der Hecke. So sieht's aus. Quatsch. Falter. Falter Punkt. Das sind dann fünf Punkte. Wenn ich den jetzt mache, dann sind das zehn. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass wir das jetzt hinkriegen. Ja, was soll das? So. Hi. Der Timer ist nur eine Richtlinie. Damit wir wissen, wann wir ungefähr auf den Ingame-Timer achten müssen. Oh, das ist jetzt schlecht. Alles okay. Natürlich trifft er mich zweimal. Und. Tu deinen Job. Ja. Und. 10 Points für Gryffindor. 10 Punkte. Haben wir damit. Tschak, tschak, tscharak. So. Dann können wir die direkt verwenden, um hier noch eins zu machen. Und wir gönnen uns Magel als nächstes. Nicht zu null. Das ist richtig. Guten Tag. 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 ölns seasonal hins gespült. Nein. Ey, tromm usw. Ach Gott, immer das Gleiche. Ah, das ist okay. Ah, cool. Sehr gut. 20 Punkte. Nice. Und wir haben den zweiten Talisman, den wir jetzt tragen können. Komm. So. Dann haben wir Stufenaufstieg. Nee, gibt nicht 20. Insgesamt 20 meint ihr denn es damit? Insgesamt 20 meint ich damit, ja. So, Friedhof der Gestrandeten. Margit gibt in dem Fall 10, weil Margit mit einer der Bounties ist, der unter den ersten vier Bossen sein muss. Nein, mach die Tür auf. Der wird jetzt wieder tricky. Ja, Moment, aber bei dem, ich werde mir noch eine zukünftige, äh, zweite Flask mitnehmen. Ähm, für Leben, weil der Weg da runter, bis jetzt muss ich jedes Mal unten an der Tür eine schlucken. Kannst du auch runterspringen, warte mal. Ah, okay. Jetzt kommt Oleg, genau. Jetzt kommt Oleg. Ja, zweite Tür. Tag. Jetzt einmal hochfallen lassen wir ihn, oder? Ja, ich weiß. Das ist mal dasselbe. Alles gut. Jo. Reicht. Komm, darfst ruhig aufstehen. Wenn es schnell geht, macht nichts. Das habe ich ja noch nie gesehen. Du musst jetzt lauschen, ob er kommt. Hehehe. Wieso habe ich es geschafft, in dem Trainingsrun, da komplett runter zu rennen? In einem Mal. Was habe ich anders gemacht dieses Mal? Äh, du bist hingefallen. Wo oben. Und dann ist die Aufsteheranimation. Ja, das ist es wahrscheinlich, wa? Wenn du den, äh, in dem zweiten Tor zweimal angreifst, dann fällt der auch runter. Ah ja. Ja, macht Sinn. Dann hast du wenigstens einen weniger da. Ah, jetzt musst du auch noch hier warten. Na, ist belastend. So. Meinst du das hier, wa? Mhm. Okay, jetzt. Go. Weil jetzt ist er ja mal auf dem Weg nach oben. Ja, genau. Jetzt muss es funktionieren. Das ist ein Scherz. Das ist belastend. Das ist ja hart belastend. Das ist ja richtig bitter gewesen. Ganz ehrlich, was ist das? Das sind heute Sachen. Trainings ran. Ja, die Male davor gemacht hat nicht einmal passiert. Das ist ja echt hart belastend. Jetzt ist er auf dem Weg nach oben, jetzt müssen wir es schaffen Als wenn dieser Hurenwagen jetzt gerade hinter mir her fährt Alles gut, scheiße, die muss ich nehmen Renn, 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 alles ist in Ordnung, alles ist in Ordnung Alles ist in Ordnung Als wenn er mich diesmal erwischt hat, direkt Alter, leg mich am Arsch, das geht heute los Mit Trainings fahren habe ich was mir da rein passiert Ja gut, du hast ja den Pfahl, ist ja alles gut Ja, und der kostet keine, Marikas Pfahl ganz wichtig Ein Hochamerika Oh Alter, ich bin gerade aber auch Anti-Reflex, Mann Leck mich am Arsch Der sieht aus wie meine Schwiegermutter Ne, der gibt keine Minuspunkte, weil der ein Bounty ist Einzige, was wir gerade verlieren ist Zeit Genau So, jetzt So, jetzt Eins Zwo Trinken Ausweichen Eins Eins Zwo Okay Dramat Er hat's getan 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 Scheiße Dark Souls-Regel Nummer 37, je größer der Boss, desto näher musst du ran, ja. Ja, ja. Wie? Ganz ehrlich, wie bin ich dem gerade nicht ausgewichen? Wieso stelle ich mich denn gerade so unendlich doof an? Okay. Was machen wir denn jetzt? Konzentratiertheit. Wir haben den am Freitag, haben wir den First Try gemacht. Uns hat das jetzt kurz Zeit gekostet. Doof gelaufen, runterschlucken, rein in die Olga. Eins, zwei, und... Los, Taktik ändern, Hund sofort rufen und einmal ausweichen. Ja. Immerhin überleben wir das diesmal. Okay. So, guten Tag. Diesmal nicht. Alter, leg mich doch am Arsch. noch bist du gut in der Zeit. Elf Minuten für die beiden. Ja. Noch ein bisschen eine Trainingszeit. Alter. Okay, wir machen das jetzt wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal bin ich da. Ich bin da reingelaufen. Und... Perfekt. Jetzt ziehen wir den. Wir haben einmal die Möglichkeit, den anzugreifen. Gehen weg. Zweite Attacke. Ein Schluck trinken. Nach hinten. Und zweimal machen. Eins. Zwei. Jetzt trinken den Schluck. Und... Da räumen wir durch. Eins. Zwei. Trinken. So, hinten. Eins. Zwei. Und... Ausweichen. Eins. Zwei. Trinken. Und die ziehen wir durch. Eins. Zwei. Danke. Nice one. Zehn Punkte. Leg mich am Arsch, Alter. Warum nicht gleich so, Dennis? Warum nicht gleich so? Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Dann haben wir wenigstens was, was man morgen besser machen kann. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt einen perfekten Run ziehen. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Dann guckt er mal um, dann kann er mir jetzt zu. Einfach sagen, was du machst, läuft viel besser dann. Ja, ist bei mir wirklich so. So. Äh, Stufenaufstieg. So. Dann. Schmelztigelritter. Und los. Normalerweise verliert man Punkte, wenn man im Bosskampf stirbt, aber nicht, wenn das Bounty-Bosse sind. Genau, bei Bounty-Bossen war es. Bei Bounty-Bossen ist das egal. Das ist Marius. Da würde ich nicht hin. Ich habe noch eine. Noch eine. Ich habe noch eine. Okay, geil. So, acht Flaschen zu vier. Wie ich das Leuchtfeuer freigestellt habe, ich bin da schon mal hingerannt, einfach. So. Der letzte Bounty-Boss ist der Schmelztigelritter. Und danach, äh, gibt es keine mehr. Aber wir hätten die dann zumindest unter den ersten Vieren. Und das wäre dann schon mal was Cooles. So. Jetzt auch. Gefährlicher Kampf. Wir rennen hier rüber. Spawner. Wir fangen an mit den, mit der erste Ladung. Füßt du so. Aufs Mauer. Sehr gut. Okay, los geht er. Der kam. Ausweichen. 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 Wir sind da. Einer. Ausweichen. Schade. Ausweichen. Ausweichen. Da hätte ich einmal attacken können. Ist egal. Mit Ruhe. Ausweichen. Schlecht. Kein gutes Timing. Alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Ich hätte parrieren sollen. Uff, uff, uff. Er ist ja gut, Alter. Digga, Junge. Er geht komplett ab. Bodyshooten. Doch, ich darf ein Schwert benutzen. Das ist kein Problem. Der Backstab-Zauber ist leicht zu holen. Ich fand den überhaupt nicht leicht zu holen, weil du dafür doch einen Boss töten musst, oder nicht? Und er läuft los. Oh Gott. Er war diesmal schneller. Lululu. Ich werde nun nicht anfangen, ihn jetzt spontan zu parrieren. Okay, vielleicht schon. Vielleicht dann nicht mehr weg. Ach, sagst du. Ja, lass das mit dem parrieren sein. Dann hast du ja drei drei auch geschafft, beim zweiten Schrei. Ja. Was? Kannst du den nicht brechen, wenn du ein bisschen weiter wegrennst? Nicht wieder mit... Den Backstab-Zauber gibt es auf der großen Insel in einem Sumpf. Kein Boss nötig. Bitte was? Ich weiß, ob man den festbaden kann, ja? Ich weiß, ob man den festbaden kann, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Ich weiß, ob man den connect. Okay, wir machen das Ganze auf die Röge. Im Kreis laufen und so weiter. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wo man den Backstage-Zauber herbekommt. Aber vielleicht wäre das noch eine Sache für morgen. Ah, shit. Oh, du... Dieser Wichser. Nein, Shad scheint aber recht zu haben. In den Witchbane Ruins. Auf einer Leiche liegt der. Die Witchbane Ruins sind doch die in Western Peninsula, oder? Unten auf der Insel. Ja, genau. Unter der vierten Kirche. Das heißt, du müsstest dann nur bis dahin laufen, um einen Zauber zu kriegen. Ist schon ein bisschen weit. Und du hättest halt notfalls da schon mal eine Grace, um da dann die Bosse alle zu machen, ne? Das ist richtig. Irgendwann musst du den Weg laufen. Ja. Aber ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen. Das kann man sich schon morgen vielleicht mal überlegen. Erst mal, dass du das mit in die Route einplanten meinst du, was? Ja. Das kann man sich nicht mehr machen. Schon leider, langsam Schätze, dann hat er diesmal geblockt Na komm Hup Dann hat er für mich Autsch Erst vertrinken Uuh Ganz vorsichtig Nice one Sehr gut Oh Gott sei dank ey 1,20 alle bauen dies down wie im Training Aha Hier jetzt War deine erste Dein Vorbereiten auf jeden Fall um einiges schneller Mein Vorbereiten war schneller Ich habe auf jeden Fall bei dem komischen Dude habe ich super viel verloren Bei dem Ne Hier wie hieß er Baumwächter Baum Spirit So Sehr gut Damit haben wir 40 Punkte schon mal Ja So Jetzt rennen wir kurz hier durch die kleinen Katakomben Ja Am Freitag war auch eine Stunde 20 alle vier Bounties down Ich weiß immer noch nicht ob ich mir jetzt gleich die Laterne holen sollte Um was zu sehen Kannst du die in einer round table holen rein theoretisch? Weiß ich nicht Ich weiß aber den Händler wo man das kaufen kann Wo man das kaufen kann Da habe ich auch die Grays für Der Run ist äh der zählt Oh gut Einer von zwei die den das macht Genau ja Ne ich weiß dass das nicht im round table geht Aber ich kenne ich weiß den Händler Das ist der erste im äh im Seenland Was ist das denn das ist? Ne Zits Fack Und Funkte So, ähm, okay, pass auf, dann machen wir folgendes, dann gehen wir uns still die Laterne einmal holen und danach gehen wir, äh, fangen wir am besten einfach an, links oben mit Godric und wird nach rechts weggelaufen. Willst du nicht an der Klippe und dann unten den, äh, den Strand? Ja, ich würde halt, äh, also meine erste Idee wäre gewesen, Godric anzufangen einfach, weil der halt so, äh, so einfach ist. Ja, kannst du natürlich auch machen. Ähm, genau, und dann kannst du, kann man nämlich danach die Dings noch verkaufen. Ähm, und dann kann man immer noch die Sturmfood-Katakombs und die Grove-Side machen, also die Wolfshain-Höhle. Ähm, also machst du jetzt Godric und dann gehst du, äh, Klippe, küsst du. Genau, wär jetzt so die Idee. Ja, warum nicht? Moment, hab ich eigentlich noch Dinger? Das macht dann nur Sinn. Poppen über 6k, damit wir sie doch ein Level haben, oder? Ne, 10k brauche ich mittlerweile schon von Level. Leck mich an den Nüss, yes, ey. Ja, 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 ja. Man kann da von hinten... Ne, also die Tür hinten öffnet sich doch nur... Scheiße, ich hab nur zweimal gezählt. Die Tür hinten öffnet sich doch nur, wenn man den getötet hat, oder? Da läufst du schon extra da oben lang. Hallo, guten Tag. Da wird größer durch, danke. Meine Fresse. Also bis jetzt hab ich nur gelesen, dass man da wohl von hinten nur über einen Glitch reinkommen würde, das wäre ja verboten. Alter, ich bin an diesem Vogel auch noch nie gestorben. Was passiert heute, Alter? Ich bin nöss. Ich hab den immer umgeheatet. Ich bin an dem Vogel schon öfter gestorben, deswegen hol ich mir auch die Grace rechts an der Brücke. Alter. Fortschritt. Jetzt reicht er aber. Meine Fresse, ey. Also wir haben für morgen auf jeden Fall nochmal Verbesserungspotenzial. So viel kann ich sagen. Auch mit dem, ich laufe extra hier drüber, damit ich nicht von der anderen Dings getroffen werde. Und dann trifft die mich trotzdem, weißt du. Ist halt da. Okay, so. Hier hoch. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Hier haben wir uns auch da vorne die goldene Saat. Ich werde nur zwei Runs machen. Für mehr habe ich leider keine Zeit. Es tut mir sehr leid, aber mehr wird es bei mir nicht. So, dann hier rechts rein. Kurz an die Dings setzen. Sehr gut. Und dann wieder zurück. Ab zu der Boss. ... ... ... ... Oh, come here. Hacke mal kurz den Arm ab. Der ist doch noch rausgekommen, oder? Können wir kurz was trinken? 10 Punkte. GZ. Aufzulabern. So, jetzt schnell da hin, weil wir jetzt die geile Rune verticken können. Und du hattest gerade einen Hund draußen, benutzt du nicht normalerweise Olek? Ja, aber ich habe ja noch nicht die erfolgerlichen. Ah ja, das noch nicht. Ja. Nicht genug Manna, ne? Genau. So. Verstärken. Das geht noch nicht. Verkaufen. Dich verkaufen. Ach scheiße, ich war noch gar nicht in der Dings, ne? So. Dann gehen wir ganz kurz hier dran. Was hättest du in der Dings geholt? Eine Geister-Talilie, ne? Genau. Aber das machen wir jetzt. So. Jetzt machen wir die beiden an der Klippe unter dem Schmelztiegelritter. Da, 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 da. Weil hier drin gibt es die Talilie 1 und 2, glaube ich, auf jeden Fall. Und uff. Ich habe 108 Stunden Elden Ring und wusste nicht, dass man an der Tafel rasten kann. Ey, klar. Ich habe auch 140 Stunden Elden Ring und ich weiß ziemlich sicher auch noch einige Sachen nicht. Ich bin aber auch immer auf den Tisch gesprungen, um mich da hinzusetzen. Am Anfang. Na, der braucht einen Schlag. Der Linksbruch einen Schlag. Ach ne, der Linksbruchte 2, stimmt. So. Jetzt gehen wir hier durch. Tick, 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 tick. 1, 2, 1, Zirkel warten wir. Da springen wir nicht rein. So. Da vorne holen wir uns jetzt. Womit überhaupt nichts irgendwas? Ja, doch, genau. Die Talilie hier da vorne holen wir uns. Das, was wir haben wollten. Wenn wir die jetzt... Bitte nehmen! Ach, ich habe die genommen. Geil. Wurf, nicht. Alter. Ich habe... Für morgen haben wir einiges an Verbesserungspotenzial. Ich... Ja, ich... Wir brauchen die halt fürs Aufrüsten. Wie meint sind die doofen Dinger da jetzt tot? Harte als Godric. Er ist true, Alter. Ah, zack. 1, 2. Ah, diesmal stirbst du mit einem, ja? Wollen wir mal klar. Das muss man das machen, das kann keiner raten, ja. Kann man mit... Pfeilen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich tatsächlich auch gerade gar nicht. So. Ja, gut. Jetzt kümmern wir uns kurz hier rum, weil wir die natürlich haben wollen. Ah, hier links, rechts waren keine, weil die sind nur da vorne. Und da rechts ist auch noch einer. So. Ah. Fick dich einfach. So. Guten Tag. Ah. Zauber haben Backstack... Backstep... Damage. Wenn die Gegner dich nicht gesehen haben. Okay, das ist gut zu wissen. Weil ich das nicht wusste. So. So. Jetzt hier kurz runter. Klon. Wunderbar, ey. Wunderbar. 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 Wunderbar am Sinne's älter ajustiert. Wunderbar. La Empvahn. Oh okay. Why is Da, so. Get an zu. cordial. Na gut, 5 Punkte. Haben wir den auch. So, dann gehen wir jetzt eine Höhle weiter. Zur Wolfshainhöhle machen die. Genau, und danach porten wir uns an der Küste. Genau. Das habe ich auch gerade gedacht. Hat jemand geschrieben, wer war es? Wer war es? So. Hope is an Illusion hätte geschrieben. Man könnte vielleicht auch nochmal gucken, bei welchem Bossen du überhaupt die Asche rufen musst. Ich glaube, den hättest du jetzt auch ohne Asche einfach weghauen können. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Gut, wo ist denn der raus? Oh, wir kommen jetzt, oh Gott. Danke. Vittich. 5 Punkte. Okay, so, jetzt gehen wir noch ein Stückchen runter. Dann weiß ich, wann die gemacht hat. Das heißt, wir würden jetzt zu der Cave da unten gehen, wa? Genau, wo wir uns die Grace geholt haben am Anfang. Ja. Und dann könnten wir rein theoretisch zu der Grace, zu der Grace unter der Ruine gehen und unten die Insel machen und dann Limgrave zu Ende? Oder willst du erst Limgrave zu Ende machen? Das ist mir eigentlich fast nass. Wobei, Limgrave habe ich zumindest noch so ein Gefühl für etwas mehr. Also, den Drachen im Fluss würde ich auf jeden Fall später machen, wenn du umsonst stärker bist. Ich glaube, der dauert jetzt zu lange. Also, in dem Besee der Drache da, ne? Ich weiß, also, ich weiß ja, welchen du meinst, aber den habe ich beim letzten Mal auch im Nahkampf gemacht. Ach ja, stimmt. Mit dem Regen, ne? Mit dem Rapier einfach. So. So. War das hier schon? Ja, wa? Ja, ist ja gut. Können wir jetzt nicht machen? So, wo ist der andere? Hinten um Elke. Ja, mal von der rechts hier nochmal. Wunderbar. Das sind 10 Punkte sogar. 10 Pünktchen. So, hier durchgehen, der rechnet sich nicht, weil ich dann nur zu der komischen Insel auf die komme, zu der ich nicht muss. Und das heißt, eigentlich, ja doch, also entweder jetzt Drache oder nach unten oder den Kavaleristen oben auf der Treppe. Du könntest natürlich auch jetzt oben von dem Geisterfahrer links einmal runterlaufen und die Höhlen oben machen. Weißt du, was ich meine? Ah ja, da, ja. Dann fangen wir hier an mit der Check. Da muss ich ja nur nachts vereinstellen. Ja. Und direkt der Deathbird ist hier, ja, direkt auch um die Ecke. Was, ich muss quatschen? Moment, warum kommst du nicht? Du musst dich nochmal hinsetzen. Ach ja, jetzt musst du mich nochmal hinsetzen, das war's. So war's zumindest bei dem anderen. Den hab ich selber noch, aber ich hab auch gar nicht gemacht. Naja, scheiße, was muss ich hier nochmal machen? Muss ich erst mit dem Katschen? Oder kommt der ja spät? Tränen zu lernen. Verlassen. Es muss nachts sein, ja. Nacht hinporten. Okay, ich hab gerade Nacht gemacht. Da steht ja immer noch. Das ist ja nicht da. Wir haben Nacht, ganz klar. Okay, unterhalte ich so drüber. Können wir auch später nochmal machen, wir haben die Ohne. Ich bin ganz kurz in der Ecke, äh, wo ist der Deathbird? Der war doch hier irgendwo. Äh, da vorne ist der war. Äh, nee, das. Da, da, da. Jetzt direkt. Da, da. Wir haben den Film. Ja. Alla. Müsst ihr mir jetzt auf den Sack gehen? Oh, ich wusste gar nicht, ob man denn rufen kann Ah, ist gut Nein! Da hab ich mich nicht bewegt No, bin ich Der gibt jetzt nur noch 4 Der gibt jetzt nur noch 4 Scheiße, Alter Habt ihr eigentlich rausgefunden oder weiß der Chat, wieso der hier nicht kam? Ob man dafür machen muss? Ach scheiße, woher Nacht? Äh, da Seit Nacht und zweimal rasten? Naja, irgendwie nicht Ach, zweimal auf Nacht stellen Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der Gegner kommt, der NPC da nicht ist, wenn das machbar ist Irgendwas stimmt dann nicht Ja, würd ich Würde ich skippen erstmal, gib für noch andere Ja Zu Ende geredet hat er mit ihm Mal erst was kaufen Wurde gerade nochmal geschrieben, 3 Minuten da sind nach dem, nach der, äh, wenn du den Kampf überlebst, kannst du ja nochmal versuchen Ja Als wir um die kleinen scheiße Fick ziehen, würde ich jetzt auf die Eier gehen Ja Stirb So, leider nur 4 Punkte Oleg hat's hin schaffen, aber gezeigt Ja, richtig dick Das war schon krass Äh, und Gut So, wie weit jetzt? Wie gesagt, dass man, äh, eventuell eine Asche bei dem kaufen muss, damit der Boss kommt Okay, komm Die kosten 600 Parade Kein Talent Geil Wir haben uns kein Talent gekauft Das ist Quatsch Das muss man nicht Jetzt ist er weg Was, wenn ich ihn nicht getroffen habe Au leit, das ist so ein Dude Da hab ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, das ist ja scheiße. Ja okay, dann gucken wir mal. Den fand ich schwer. Den Kaelid, der war auch schon hart schwer. Ich glaube der einzige Unterschied ist, dass er hier nur ein bisschen weniger leben hat. Wahrscheinlich, ja. Aber gut, okay. Wir probieren es einfach. Why not? Ich habe nichts zu verlieren. Außer ein bisschen Zeit. Warum fährt? Das ist der Trick? Wirklich? Da kannst du halt die ganze Zeit outrunnen, wenn du aufmachen kannst. Den Schwebeschwertmove kann man nicht selber nutzen, aber es gibt ein Schwert, das diese Schraubenbewegung macht. Ja. Jede Landschaft hat einen, also quasi jedes Biom. Krass. Ja, einfach mal drauf. Oh Gott, wir haben eine Bombe fest. Nein. Böser. Böser Ritter. Oh Gott, stark. Wird der andere Spell vielleicht besser? Weiß nicht, der ballert auf jeden Fall. Oh Gott, stark. Wird der andere Spell vielleicht besser? Weiß nicht, der ballert auf jeden Fall. Ja. Jawoll. Das war's. Nochmal vier Pünktchen. Nochmal vier Pünktchen. So, jetzt haben wir oben die... Jetzt kommt die Höhle. Die Uchi Katana Höhle. Genau. Äh... Die ist... Hier, wa? Richtung Brücke, ja genau. Sollte ich einfach zur Brücke gehen? Kannste auch, aber ich glaube das nimmt sie nicht viel. Musste die... Ja. Klippe so oder so lange reiten. Der Eingang ist oben, oder? Ja. Oben rechts. Ist eigentlich nichts übersehen. Sagt ja auch die Statue drauf. Oh Gott. Musste links einfach halten. Da. Rein hier. Ne, hab's ja hier noch mal als Gegner. Kann man einfach durchrennen, wa? Sooo Hier runter Geradeaus Lädt mich Kann man den Hebel ziehen Damit haben wir die Tür geöffnet, wa? Mhm Was der? Alter Na gut, oben das Uchi Katana Das brauche ich ja nicht Dementsprechend Können wir einfach nach oben rennen wieder, wa? Mhm Tür ist auf Hallo Oleg Hallo Oleg Ja genau stimmt, der war ja so Aber den muss man auch nicht treffen Ja bumm Easy 5 points 5 points 5 points Oh scheiße, das hätte ich mir sparen können So Jetzt wäre High Grove High Road Cave Wenn jetzt gerade noch Nacht ist, könntest du den Ritter auf der Brücke machen unten Ja, aber der ist auf der anderen Brücke Ja Ja, aber musst du ja nur kurz zu der Grace Ja, ich weiß aber, wenn ich mich teleportiere, ändert der die Tageszeit Ja Ja Ja, dann den Schiffersmann 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 ist in die andere Richtung Schiffersmann kann sie flippen Ja Ne, bevor wir aber dahin rennen Hier unten links Direkt nach der Brücke ist noch einer Achja, stimmt Da wo man Genau Du kannst ja hier Gucken wir uns das mal an Man kann ja hier rechts runter springen, ne Boah, leg mir Marsch Sooo Ich glaube, hier vor wird man noch invaded oder so ein Scheiß, ne Das ist auf der anderen Seite, glaube ich Also wenn du vom Fluss da runterläufst, da bist du auf jeden Fall invaded Ja Mal schnell hier, zack, zack Sollte ich nämlich auch sagen, Zeit ändert sich, glaube ich, nicht durch Teleporten Ich glaube, das ändert sich nur, wenn du stirbst Okay Dann können wir den ja sofort noch machen Äh Ich weiß das, ich werde gar nicht mehr Darunter muss ich wahrscheinlich Äh, what? Ja, dann schauen wir Den überleben wir, oder? Ja Gehe ich aber mal von aus Tú 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 Uitsch Eeeeeee Ich glaube, ich war in dieser H Dan noch nie du musst jetzt gleich auf den stummel da springen auf die säule die da jetzt auf die plattform und dann einmal über die plattform da lang ja und dann nochmal links auf die säule genau ok cool schön weiss ich aber auch nur noch könntest du einfach geil und jetzt willst du noch um und wir sterben jetzt nicht die gar nicht auf die zwiebel panik ich glaube du musst jetzt rechts rum einfach immer gerade nicht mehr sicher doch dahinten musst du gar nicht rein im wasserfall hier gibt es wahrscheinlich nur was zu finden ja ich will gar nicht das war richtig da recht doch wasserfall war richtig jetzt hat ihr dürfte gerne gerne mitreden ich kenne die hülle der legend nicht jetzt links bricht in was ach da unten aha dann schön ja ja naja ja 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 ich hab aufgestanden mit dir Paulusau, das ist eine Arbeitsmoral. Sehr gut, first try. Was macht der? Ah, die Angriffskraftverkehrung auch so richtig. Sehr gut, haben wir auch. Gut, dann jetzt Brücke teleportieren wegen Nacht. Dann Brücke teleportieren wegen Nacht. Beziehungsweise vorne in die Stadt, vor das Tor. Ja, genau. Wobei, Moment, hier gibt es auch noch eine Höhle. Die sollten wir zuerst nehmen, oder nicht? Also erstmal sollte ich mich grundsätzlich hier an die Grey setzen. Aber die ist halt direkt einfach den Fluss runter. Ja, Markwater-Quarter kommt. Oder Sie Markwater die mit Patches. Ne, Patches sind noch weiter unten. Patches sind noch eine unten, okay. Aber Markwater sagt mir gerade auch nichts mehr. Ich meine, das ist die, wo der Invade vorher ist. Ne, das Patches. Das Patches? Okay, dann... Irgendwo hier dürfte ein Eingang sein. Markwater Cave oder Catacombs sind zwei unterschiedliche Sachen. Okay, beides, wa? Lieber Chat. Äh... So, genau. Und die war hier unten. Äh... Nein, nicht. Jawoll, moin. Stark. An allen vorbeigeetet. Merkwater kann nicht nur Patches sein, Chat. Denkt mit. Es gibt zwei Sachen. Merkwater Cave. Da ist gepatchtes drin. Und Dennis ist gerade auf dem Weg in die Merkwater Catacombs. So sieht's aus. Äh... Nicht einfach nur irgendwas sagen. Alle, die... Alle, die wissen, dürfen gerne schreiben. Alle, die nicht wissen, dürfen gerne... ...nicht schreiben. Merkwater Cave gleich Patches. Ja, das kann... Das ist richtig. Ja, aber einfach nur Merkwater gleich Patches ist halt nicht richtig. Ich mag Züge. Das ist auch okay. Ja, genau. Das stimmt, das ist der Gladiator da. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Gegenschlag benutze. Ich glaube, soweit werde ich gar nicht kommen. Im Spiel. Patches zählt auch als Boss, ja. Wenn man ihn umbringt. Ja. Wobei, äh... Auch Matti hat den auch gemacht. Und hat das extra aufgenommen. Äh... Sogar. Um zu checken. Weil, wenn du den besiegst... Dann, ähm... Dann ergibt er sich ja. Ja. Und da war dann die große Frage, die sich alle gestellt haben. Du hast ihn ja nicht getötet. Aber da steht dann großer Gegner besiegt. Oder Gegner besiegt. Also deswegen... Wie sind wir davon ausgegangen? Das ist... Okay. Auch diese kenne ich nicht. Natürlich. Hast du ihn? Das sind die schlimmsten Gegner. Das sind die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Okay. Was ist der kürzeste Weg hier durch? Mach ich da gerade aus? Wahrscheinlich nicht, wa? Doch. Das ist der Hebel, oder? Wer bist du? Scheint so. Ne, jetzt wir im Dimgrave sind ja noch nicht so klar. Ja, wie gesagt. Du... Verworren. Ratten sind schlimmer, sehe ich. Ne, Ratten sind nicht schlimmer. Die haben nicht so ein Moveset wie die. Fühl ich ja auch nicht. Ratten. Okay, die sind auf jeden Fall beide relativ weit oben. War ich da schon für die Tür? Oh scheiße. Ja. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Ah ja, das war... Das war der Trick in der ganzen Cave. Die Falle geht an. Äh, lol. Erstmal rausrennen. Moment, wo hat sich die schwere Tür geöffnet? Ist sie nicht normalerweise am Anfang? Ach, da ist die schwere Tür. So, leckt mich alle. Ihr Fickers. Ab da durch. Guten Tag. Mein Name ist Hase. Hi. Ich gebe dir mal kurz auf die Fresse. Ich habe mir die Frage, ob ich mehr scharren würde. Nein. Wunderbar, fünf Fünktchen. Okay, dann hätten wir jetzt den Boots-Typi, dann wird jetzt Boots-Typi kommen und dann könnte man runter gehen, dann wäre auch der Drache mit auf dem Plan. Ja, ich würde dann sagen Kavallerie, Patches. Ja, Kavallerie, Patches, dann den Troll in der Höhle und dann in der Wache. Und du hast 17 Kavallerie und ich weiß nicht, ob das ein Level ist. Na ja, gucken wir uns sofort an. Ja, 400 Punkte ist echt. Natürlich gehst du da ganz hinten hin. Kannst du da reiten? Ich kann hier vielleicht reiten. Es gibt einfach so fünf Punkte und ist gut. Damit sind wir dreistellig. Damit sind wir das geil. Dann gehen wir hier hin und reiten bis zur Kavallerie. Ich habe jetzt nördlich von der Brücke sofort alle gemacht, weil ich den Kavalleristen und Patches habe. Genau. Ja. So. Oh, da gibt es mehrere. Dann könnte man jetzt rein theoretisch machen, Brücke, da du da nicht direkt runterkommst, würde ich erst zu dem Kürfelskopf reiten. Echt? Ich kann auch da vorne auch einfach runterspringen. Oder nicht? Ja, wenn du in die Brücke wieder zurückläufst. Erstmal kurz umstellen. Natürlich gehen wir auf Nacht für den Kavalleristen. Ja, stimmt. Der Kürfelskopf könnte ich sonst natürlich auch dreck machen. Du musst ja nur die Brücke weiter ausrennen letztendlich. Ja. Tschüss! Sooo! Oi! Hi, Iucía! Hallo! Hallo, kamjannstan! Das mag nenen Tира mit der Quest. Daher kommen. Oh, komm. Ja, komm. Warte kurz, einen Schwingern nehmen wir noch mit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes ja. Genau, hier kam ich nicht sofort runter. Auf der anderen Seite auch nicht, oder? Also machen wir kurz Kürbiskopf. Genau. Und dann machen wir quasi, achso, und dann meinst du Trollhöhle, Drachen, also Drachen, Trollhöhle und dann rennen wir zu Patches den See nach oben, wa? Ja, oder du portest dich gleich zu der Grace zurück, die du gerade geholt hast. Ja, genau, meine ich, ja. Oder machst du halt den Drachen erst, je nachdem. Da ist die Reihenfolge eigentlich egal. Erstmal machen wir jetzt den hier unten. Hallo. Ja, wo ist die genau am Rücken? Na, da. So. So. Ist das tot? Hier glaub ich auch nicht so viele Ruhen, wa? Nein. Okay, haben wir den auch. Das sind nochmal fünf Pünktchen. Jetzt hier runter. Drachen. So. So. Wollt ihr da? Ja. Einmal umdrehen. Ab zum Drachen. So. Hey, halt wenn sie machen. Sobald hier alles fertig ist. Erstmal, wie sagt man, wir jetzt hier den Drachen. Wir werden Oleg trotzdem rufen. Auch wenn Oleg wahrscheinlich nicht viel machen wird. Na komm. Du bleibst. Kommt der nicht nachts? Haft. Kommt der nicht nachts? Achso. Nur auf der anderen Seite. Mal stimmt davon an der Feuerwehr. Jetzt kommt er. Ja, kommt der einfach vor. Einmal rum rein. Nein, nicht zu treten. Ich würde einen Eilport nehmen, damit er in den Fährten vielleicht besser ist. Was soll ich? Nein. Gut. Gut. Weiter geht's. Wenn der Lästigste den gibt. Oh nein. Als wenn der mich jetzt 5 Meter vorher noch gekillt hat. Das ist doch die blöde Attacke von ihm. Vielleicht solltest du wieder aufs Bale ziehen, sobald er rot hat. Also ja, kann man natürlich machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, da drunter steht man natürlich auch ziemlich sicher. Stimmt. Die Leute sagen mal, die auf dem Kopf. Die auf dem Kopf funktioniert auch gut, ja. Ja. Ne, auf dem Sack. Dön dir jetzt rot. Dön dir rot. Läger. Lass mich da durch. Läger. Lass mich da durch. Das hat aber rot drauf. Hat rot drauf, ja. Rodriguez. Okay. Ja, wir werden es auch noch schaffen, den zu treffen mit meinem Zauber. Ja. Ja, stirb. Geh doch. Vier Punkte. weiter geht's ich hab meine guten vergessen das war sehr freundlich von euch lieber chat danke danke so weiter geht's der beste von den beiden runs wird letztendlich genommen so sieht's aus so dann rennen wir hier auch mal kurz durch die höhle kenne ich sogar noch richtig cool aber ich weiß nicht mehr in welche richtung man laufen musste ich glaube in die einfach quasi der nase nach da musste doch hier in der hälfte von dem von dem aufzug in die wand oder nicht für den boss ja also da wieder hoch ja ich meine 80 prozent also quasi hier lang ja ja dann links nicht links doch rechts nicht meinte ich ok dann die hier runter genau ja 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 So, sehr gut. Haben wir den auch. Dann haben wir Kürbiskopf gemacht. Wir haben unten die Dings gemacht. Patches. Patches, genau. Patches und dann kommt das untere Siegelgrab. Dingsbums. Genau. Und dann geht's auf die Insel. Ja, geht's unten auf die Insel. Oh, die sind ja schon 350 nach 3 Stunden 20. Ich sag ja, Pony war richtig krass. Wir sind jetzt bei. Ich seh das leider gerade nicht. 122. 122 in 2 Stunden 15. Okay. Wir haben ja noch andere. 100 oder 500. Ja. Mein Ziel war 200. Fallt runter, ihr geilen Leichen. Scheiße, jetzt muss ich mich sofort mit dem Wichser davon... Kann ich einfach an dem vorbei rennen, oder? Nee, die geht erst auf, wenn der besiegt ist oder weg ist. Du kannst den natürlich so lange kiten, bis er verschwindet. Das dauert aber länger, als den kurz umzulegen. Okay. Wo bist du? Nein. Es baunt den Fluss hoch. Da hinten ist er. Ah. Respektiere den Schlagstock. Ich finde es lustig, dass es nicht mehr ist. Ich finde es lustig, dass die Invader immer noch versuchen, noch eine Flask zu nehmen, obwohl sie keine mehr haben. So. Kurz sitzen für Refill. Da sollte ich mir vielleicht auf den Shotcut legen. Sag der anderen einfach weiter. Wie ungefähr auch beim ganzen Playthrough. Ich habe jedes Mal die Fackel so gezündet. Brauche ich das? Nein. Äh, Moment. Stimmt. Moment. Patches war... Scheiße, wo war Patches? Da muss man durch so eine Wand durch oder so ein Kack, wach? Da. Äh, nicht. Genau. Irgendwann, was nicht sofort offensichtlich war. Ein paar Patches. Ach komm, wo warst du? Achso, du musstest an die Truhe ran, wach? Genau. Welches Schild hält das ganz schön gut ab, war? So wie tötet ich den jetzt aber weiter auf den drauf So Patches tot Fünf Punkte Zumindest hätten wir damit nicht mehr Okay Dann hier rüber Und unten den Siegelding machen Genau Das ist nur da Und rennen Und Ach Patches gibt es in jedem From Software Spiel Das ist interessant Das wusste ich zum Beispiel nicht Sekiro weiß er nicht Okay Ich weiß tatsächlich nicht ob der Kopf gerade Bonus Stats hat Das ist doch eine Sache Können wir jetzt einfach nachgucken Ah da würde mehr Kahn Energie geben Für Rod Alles ist besser außer Blitz Was Was machen wir die durch Oh Out Out Nice So So Fünf Punkte Und dann gehen wir in die Und dann gehen wir in die Katakomben Alles klar Dann reiten wir kurz über die Brücke So Das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Nope Äh Ich weiß tatsächlich gar nicht wo wir langen müssen dafür Einfach geradeaus Einfach geradeaus erstmal So Ja Links da an dem Links vorbei Ah ja stimmt ich erinnere mich wieder an den Kavalaristen Der spawnet ja direkt in der Nähe von Grace Ja Für die goldene Rune Für die goldene Rune Irgendwann vielleicht haben wir Mächtiger Schuss Mächtiger Schuss Mächtiger Schuss mein Arschloch Ähm Da war er genau So Mal gucken wir oben den Audrey's Rise Da gibt es auf jeden Fall Memories Key Aber da muss man wieder So eine scheiß Rätsel machen Ja Den brauchst du ja nicht Aber dann musst du halt eh hoch Um in die Katakomben zu kommen Ja Aber erst die beiden Nachtboys Boah Schlag kommen wir Willkommen ich den Alter Ist ja auch geil so eine Stelle zu kriegen Oh Gott, äh, ja so, du hast natürlich auch IV Frames, wenn du... Naja, ist okay, ist okay. Machen wir nicht. Oh, zu Gott. Naja. Tut? Hammer! Nice. Okay, jetzt da hoch? Äh, ne, du reitest jetzt noch mal zwischen den beiden, ähm, Felsen da runter. Also weiter in die Richtung, aus der du nicht gekommen bist. Ja. Ja. Und da reitest du glaube ich auch wieder zurück, oder? Ja. Also weiter die Insel runter. Ah, ja. Bei Nacht auch? Ja, ja. Ja, ist Nacht. Sieht so tatmüssig aus. Nein, 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 nein. Ich lauf in die Richtung. Ja, jetzt schießt ja gleich der geile Doody auf mich. Und da vorne rechts, an dem, an dem Gebilde, oder an der Ruine, warnt der Deathbird. Aber rechts an der Klippe, da ist irgendwo so ein Ding. Was ist das hier? Kann sein, dass du noch einen runter musst. Auf eine Ebene. Doch merkt es da einer. Da ist er ja auch schon. Ah, da hinten ist er. Oh, Digga, mach nicht den. Cool. Mein Schiff ist jetzt gestanzt und genau in der Sekunde habe ich keinen Mana mehr. Ich kann sagen, der Fall ist aber ganz schön knapp an mir eingeschlagen. Leck mich am Arsch, ey. Guck mal, direkt hier wirklich so. Hallo. Cool. Haben wir auch. Dann... 142. Bis unten zum Schloss? Ne, jetzt gehen wir erst einmal hinter der Grace hoch in die Ruine. Let's gehen wir einmal hinter die Grace. Also, wieder zurück zu Grace. Ja, ich renne. Kann es auch porten? Kann ich nicht. Ich bin in Fight. Ah ja, mit dem Bogenboy. Ja. Ich bin in Fight mit dem Bogenboy. Ja. Castle Morn ist das das unten? Castle Morn ist unten. Ja, der bringt nicht den Bunker, weil der kein Echo bringt. Oder bringt der ein Echo? Ich... Nee. Nicht, dass ich wüsste. So, dann ist das hier hochspringen, oder? Juhu. Geil. Und dann einmal rechts an der... Komplett runter reiten. Jihah. Da ist ein Türmchen. Hier irgendwo im Wasser, oder so sitzt die Schildkröte, falls jeder von euch immer noch sucht. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Hier vorne ist doch jetzt auch direkt einer vorn... Ich muss gar nicht da runter. der der sport auch hier draußen sogar das wüsste ich jetzt nicht laut ist ja nur einer unten in den katakomben wieder sondern wach und katze aber gibt noch kein unten du musst wie schon gesagt rechts also da ist auch recht war doch nicht ich glaube da gibt es kein boss der tree ist mittig von der insel muss rechts von der rechts von der klippe jetzt einmal runter wie soll ich sagen nordöstlich und dann nach norden hier auch östlich halten und nach norden ist kein echter boss habe ich auch gemerkt hier ist die tür überraschung arm rauf guck mal wir kommen gleich noch zu bitch bei den dingsbums dann kann ich mir da noch den chart holen mhm oh gott lass mich raten weil jetzt schon ein fehler hier versuchen einfach nur durch zu rennen oder halt ist ein fehler hier einfach nur durch zu rennen digga geh mir nicht auf die zwiebel schlimmstes gesocks im spiel schlimmstes gesocks im spiel schlimmstes gesocks im spiel da weiß ich aber auch nicht mehr wie das rätsel geht ach ja runter 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 du musst da raus ok und jetzt gehst du wieder zurück wo du her gekommen bist da auch ja wenn das unten ist ja genau ne ja dann lass dich einmal dippen aber ach ne quark geht ja gar nicht runter das schaffste aber wohl einfach ein paar mal jetzt hast du und jetzt steppst du da einmal kurz drauf wieder zurück und gehst da drunter das war glaube ich das rätsel das war das rätsel sicher? ja machen wir wenn Mario ist ein Trast müsste es zumindest gewesen sein wenn ich mich recht hätte zu denken ja passt schon mal da hinten geht es weiter wahrscheinlich geil jetzt gute pflanzen da können wir auf jeden Fall gleich nochmal Oleg aufrüsten Marius hat gut delay Ja, ich habe zwei Sekunden genau wie ihr alle, deswegen kommt meins für euch nochmal doppelt so spät. Ja, ist er. Mach auf! Ich hasse dich. Ich hasse dich damit. Lenk mich. Ach, weißt du, ganz ehrlich, den Boss machen wir auch so. Nein, da. Oh Gott. Trinken. Ich glaube, die Kleinen erstmal wegzumachen ist eine gute Idee. Meine Friseur. Haben wir. Fünf Punkte. Alter Vater. Ich hasse diese Viecher. Oh, die Maschine. Entweder gehen wir jetzt unten zur Burg und holen uns den. Oder du gehst halt wieder an die Grace zurück und wir rennen jetzt auf die andere Seite der Insel. Äh, ich level kurz die beiden und nachher werden erst nach Kassel morgen schnell. Gut. Lohnt sich Kassel morgen? Muss ich durch Kassel? Du kannst durchrennen. Ja? Du kannst durchrennen. Ja. Ich habe den in meinem Try gemacht. Ist zwar ein bisschen weg und du musst da am Ende dann diese ganze Klamotte runter droppen. Aber... Kannst du da nicht durchrennen. Dann Aufi. Castle Morn. Falsche Richtung. Schon wieder. Da unten gibt es nur einen Gegner. Egal, scheiß drauf. Einmal kurz hin. Einmal durchrennen. Was schnell geht. Muss ich eigentlich den Typ davor erledigen? Ja, spielt keine Rolle oder was? Ganz dran vorbei. Da da da. Kurt so hoch. Natürlich trifft er nicht. Soooo. Es gibt übrigens Immunity Frames beim Auf und Ab mounten. Das wusste ich tatsächlich. Weißt du noch, was der schnellste Weg ist? Einfach geradeaus durch, oder? Es war relativ offensichtlich. Ich habe es ohne Guide und ich bin einfach gelaufen. Einfach rennen. Immer weiter Richtung Süden. Stimmt, ich erinnere mich daran, wie da oben steht. Yeah Baby, wir machen das! Das war, war das wirklich da hinten? Geradeaus. Geradeaus dann rechts und so, oder? Hier schon rechts? Nee, da vorne rechts. Hinter der Mauer. Ja genau, da waren die Leiter oder so Geschichten dann, oder? Ja genau, hier. Ich erinnere mich. Digga! Ach, nicht den! Kurz! Nein! Böse! 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 Hinterm Kürbis rechts. Das ist nicht einfach so eine geile Beschreibung am Bauernhof. Ja! Jaa! Blöder Greif! Äh... Jetzt was hier über die Mauer? und jetzt einfach die ganze dinge wo runter droppen ja es war das andere links der richtige seite eigentlich willkommen auch von da mussten wir den turm darunter ich musste hier runter runter das aber auch knapp gemacht dann hier hin vielleicht da wenn man nach links in eine richtung gieten immer wichtig so easy snacks genau da rechts dann runter und da sind wir da kannst du auch da schon runter springen von der holzbrücke ach so ich dachte da stirbt man tatsächlich dann kurz an euch vorbei entschuldigung die damen also da die grays hinter mir ist aber gerade egal wir kriegen amerika auch hier manche machen wir gleich Oleg will mit denen draußen kämpfen sehr gut danke Oleg ja ich helfe dir Oben 5 points ok jetzt wieder nach oben so hier hin hier vorne die kirche die hat ne hat ne dings da nehmen wir mit dem trainer und dann haben wir den nacken frage ist ob wir die brauchen ja das stimmt eigentliche seite ja das stimmt eigentliche seite ola naja jetzt so richtig ich würde jetzt eigentlich wirklich nur noch Bosse machen ja hier links hoch so dann gehen wir erst nach earth throne oben äh den runenbär was ist der runenbär in der earthborn cave weiß ich aber gerade nicht wo der eingang ist das weiß ich auch nicht genau das ist ne cave also wahrscheinlich an dem auf der strandseite wahrscheinlich am ähm am 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 dings ich vergaß wir mussten hier einmal rumlaufen ja er ist an der küste also an der klippe so wie kommen wir hier runter was ist hier runter ne einfach links links die rampe runter also hinter dir letztendlich im westen achso ja doch ist doch richtig hier ist doch dann jetzt hier links oder ja genau ah ja stimmt ich erinnere mich an diese geile kiste da vorne mit dem jeet ich frag mich ob man daran vorbei jeeten kann sollte man daran vorbei jeeten? was ist da nicht drin? lecker schildkrötenhals der bär könnte knackig werden oder? bären sind mal kacke bären sind kacke aber ich hab oleg stimmt wird schon funktionieren irgendwie da und dann weiter geht's wer? wer? ja oh dicker kurz sekunde ja alles ist ok also vielleicht hat er nicht aber viel schaden macht er trotzdem das ist ok oder? der hat mich nur lieb ja wir spielen mit dir alles gut gut nein haben wir auch sitzt plus 3 easy ok 157 punkte geil ok so die demi human queen die existiert nicht wie wir beide wissen die hat keine health bar genau dann geht's weiter mit montan äh ja würd ich sagen ok das ist einfach der weg quasi auf der anderen seite nach unten raus äh unserer also kannst du hier wieder hoch nicht das Wasser springen einfach whass dann sind wir grounded worden danke für den raid martij dankeschön wir tun grad unser bestes äh tschuldigung ich hab grad tatsächlich auch die donation zu sonne die anzeigen nicht offen da vielen vielen dank danke für den raid aloar ich hoffeоче lief's richtig gut scheiß davon da muss ich jetzt sagen äh einfach dahin, auf die 5. Ich hasse das, wenn so viele Dinger offen sind. Ich hoffe, dein Ding war gut. Wie viele Punkte hast du gemacht? Haben wir eine Chance? Sieht gut aus, sieht schlecht aus. Wir haben es nicht hoch, glaube ich. So, und hier haben wir dann Tunnel von Mord, ne, ist unten. So, ganz kurz, zack, da, da, Matti hat geradet, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das wüsste ich jetzt gerne. Tate, ich wäre neugierig, ja, das ist richtig. Irgendwer hat am Anfang schon um die 400 Punkte geholt, ja. Ja, das ist krass. Wow. Da muss ich rüber. Digga, lass mich durch. Machen wir. Out. Leider. Gehen wir weiter hier durch, renne, renne, renne. Da müssen wir nicht rein. Dahinter ging es weiter, wa? Dahinter ging es nicht weiter. Ich bin hier schon mal falsch gelaufen, ich erinnere mich. Hier rechts ging es weiter. Ging es hier weiter? Ging es hier weiter? Nein, hier auch nicht. Geil. Da weiß ich gerade auch nicht weiter. Ging es hier weiter? Nope. Okay, jetzt nachts im Witz. Kurz Pause, Jungs. Also. So. Hier drin ging es. Auch nicht weiter, wa? Da gab es noch Fleisch drin. Machen wir eine Rune, die nehmen wir natürlich gerne mit. Wo ging es denn jetzt hier lang? Fuck, Alter. Da unter dem Dings her? Ja. Da. Ich stehe schon nicht den Weg, geh weg. Ja, okay. Nehme ich das mal ab, ne? Weiter, weiter, weiter. Jawoll. Da sind wir. Guten Tag. Ist da anders? Genau zwei drin. Ich glaube einer. Boah, das ist ja nur so ein kleiner Bumbus hier. Oh, den hast du doch schon wieder. Der guckt, dass keiner kommt. Wunderbar. Ja. So, genau. Das zählt der Ingame-Timer. Und da sind wir gerade bei 2 Stunden 35. Also, ich habe nur den einen schon mal gestartet gehabt, damit wir das haben. Cool. Dann haben wir jetzt Tom-Swat-Catacombs oder erst den Miner-Airtree? Ähm, ich meine, da gäbe es ja den Spirit-Elevator oder wie das heißt. Wo du dran vorbeigelaufen bist, dann müsstest du ja direkt zum Airtree kommen. Ja, stimmt. Da war es ja einfach wieder hoch da. Bei der Brücke. Ja, das ist richtig. Boah. Lack der Hölle. Test, Test. 1, 2, 3. Man hört dich noch. Ja, man hört dich noch. Man sieht deine Facecam auch noch. Ich glaube eher das Elden Ring. Das ist ich mit Elden Ring gewesen. Kannst du Pause im Timer noch? Ich mache Pause im Timer. Wir machen sofort Pause im Timer. Ja. Okay. Ja. Wir haben einen kurzen Absturz. Das kann schon mal passieren. Ist natürlich doof gelaufen. Aber hey. Es gibt Schlimmeres. Wir starten einfach neu. So. 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 Und dann habe ich das alles. Und wir starten Elden Ring. Aber es ist ein perfekter Moment, um eine kleine Pipi-Pause zu machen. Und sich ein neues Wasser zu fangen. Sofort mir wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, werte ZuschauerInnen. Marius, ein Witz auf meinem Niveau, bitte zur Unterhaltung. Ja, brauchst du mich wieder. So nämlich, so läuft das hier. Also, so, wir sind jetzt bei 2 Stunden 47 ungefähr. Ja, gucken wir mal, wie ich das Spiel laden drücken würde. Kannst du einmal weiter drücken und dann wird dein... 2 Stunden 35 sind wir, also wir sind 12 Minuten sind wir mit dem Timer vorne. So, und weiter geht's. Ja, den lassen wir jetzt auch einfach kurz weiterlaufen. Gar kein Problem. Und, genau, stimmt. Jetzt können wir hier hochspringen nach links. Dann sind wir direkt bei dem Earth Tree. Mhm. Da sind wir noch nicht direkt bei dem Earth Tree. Wir sind eins zu kurz. Ähm, ja gut. Dann heißt, wir könnten jetzt erst nach Norden rennen. Da ist aber niemand. Irgendwo sind hier die Katakombe rum. Ähm, ja, wenn du da... Boah, wo waren die? Ich glaub, du musst halt links... Die waren auf der Innenseite, oder? Quasi auf der Innenseite, auf der... Nicht, die waren nicht ganz unten. Die waren so auf Hälfte. Ja, ich mein auch. Ich glaub, dahinter, hinter dieser Ruine. So, und dann hier irgendwo. So, wir da ungefähr richtig? Ja, ungefähr so wie es schon mal richtig ist. Ne, oben war sie. Du bist eins zu tief jetzt. Ich bin jetzt eins zu tief, scheiße. Ja. Also 443, könnte schwer werden. Gebe ich zu. Warte, wie komm ich denn da hoch? Da. Definitiv. Könnte... Der Ziel für den ersten Run war 200, was schaffen war. Ist die hier? Ja, da ist sie. Ich hab grad schon überlegt, schaffst du wohl die Reiter vorne vor dem Außengebiet der Stadt? Ich weiß, welche du meinst. Äh, die beiden Baumwächter, die da sind, wa? Das wär für später auf jeden Fall noch eine Idee, die beiden zu legen und dann den Parfümtyp, wie das dann auch noch mit 20 Punkte? Sind ja alle da auf einem Fleck. Und dann noch das mal... Äh, hier muss ich nicht geradeaus durch, wa? Für den Boss? Ne. Ich muss ja aber nur wieder eine fucking Tür aufmachen. So wie immer in diesen Katakomben. Aber hier waren die Skelette drin, wa? Ich mein' ja. Jo. War das da nicht, dass du dich auf so'ne Falle draufstellen musst? Kann gut sein, dass das hier war schon. Ich weiß, es gerade war nicht. Ja, doch, sieht so aus. Ich glaub, da hinten musst du dich draufstellen. Ja, ich glaub auch, dass es das da ist. Aber... Was durch? Ist ja gerade jetzt Feuer gemacht. Jo, hier war das. Okay, leider. Erstmal einen Tank trinken. Aber so pro forma immer wichtig, ja? Ja, immer hydriert bleiben. Äh... Ja, wir teilen die neben mir mit. Da vorne ist Hebel. Wir haben Hebel. Wir laufen zurück. Kurztüpp nach oben. Wir laufen hier zurück. Jetzt rechts. Genau. Laufen rechts, laufen links. Sintrin. Ja, gar kein Problem. Du kannst halt irgendwo kurz zu schütten. Vielleicht kann man Asche, Alter. Da. Und... Ende. Und... Oh ja, genau. Hier ist die Asche von dem Kopflosen. Der ist auch cool. Der ist auch... Äh... Ist der nicht sogar eine S-Tier, laut Elden-Viki? Jo. Der ist besser als Oleg, oder? Kannst du auch mal ausprobieren. Ähm... Aber... Was wir natürlich gucken müssen, ist dann... Äh... So rum. Mhm. Ja, Page ist okay. Ja. Also das nächste Level, äh... Machen wir auf jeden Fall auf... Auf nochmal, ähm... Dingsbums. Mal machen. Genau. Ihr versteht mich. Nein. Oh. Was kann ich mit dir auch machen? Was darf ich sagen? Dankeschön für... 5 Pünktchen. Hier weg. Wunderbar. Da bringt es jetzt noch 2 Tränchen. Und dann gehen wir rüber zu dem Portal. Nicht? Genau. Zu dem Siegel-Gefängnis. Und dann, äh... In die... Okay, aber... Gehen dann ganz kurz hier an die Grace. Weil ich seh grad keiner, die auf dem Weg ist vorher. Weil ich ganz kurz zumindest... In die Arch neu. Was haben wir denn da gekriegt eigentlich? Äh... Kurz anhaltig anhand der... Oder verringerten Schaden beträchtlich. Äh... Erhüllt kurz die Stärke sehe ich mich ja gar nicht. Verringert. Ist doch schon besser. So. Jetzt, okay. Hier gibt's ne Träne. Naja, oben die Church, da muss ich nicht... Also ja, ich seh die da oben. Aber weih doch... Kommt das ein ganz kurzer Weg, oder? Why not? Hier kommen wir zu uns. Das ist wirklich ein kurzer Weg. Ja, das ist jetzt halt dieses Min-Maxing, ne? Musst du dir überhaupt die Mühe machen, Luthil zu nehmen? Oder Luthil? Wie heißt? What? Ob du überhaupt die andere Asche brauchst? Nein, nein, das weiß ich. Das weiß ich, ob ich die andere Asche brauche. Ich meinte, das war gerade ein Wort, weil ich da halt an diesem Ding vorbeigelaufen bin. Und Bernd sagte... Das ist genauso wie mit... Sollte man jetzt die, äh... Das Ding da vorne kaputt machen, um noch ein Echo zu kriegen für 20.000 Runen? Ja. So, das war unten, wa? Die müssten jetzt eigentlich beide auf so einer Linie sein. Die Höhle ist auf der... Haps, das eine habe ich. Und die Höhle ist jetzt so gesehen auf deiner Seite, meine ich. Von der Kirche. Okay. Was auf deinem? Ja, und hier verbrauchten wir... Steinspertschlüssel. Jetzt die Frage, sollte man ein Echo duplizieren, macht man sich die Arbeit? Nee. Finde ich auch nicht. 20.000 Runen sind irgendwie nicht genug, die man dafür kriegt. Das mit dem, äh... Night Cavalry cheesen ist nicht erlaubt. Das ist nicht kipps. Ja. Ja. Den kannst du mittlerweile sogar auch nicht nur mit dem Gift machen. Den kannst du auch den Abgrund runterjagen. Aber das wäre ja genau das gleiche. Ja, du musst den richtig... Aber mittlerweile könnte ich stark genug sein, dass wir den einfach kurz machen. Ja. Kann gut sein. Ist tot? Wunderbar. Lass mich ja raus. Haben wir auch. Ist ein Hapensäglich? Ödisch. Ödisch Attribute. Ist ja schlecht. Ach ja klar, das ist ja kleine, weil das im Keller ist ja schon ganz große. Ja. Genau. Okay. So. Und dann war... Hier an der Church nehmen wir uns natürlich die... Tränen mit. Vielleicht machen wir. Von der Church aus ist es östlich, wo du runter musst. Ja. Und weißt du auch, wo jetzt das Ding liegt? Also in der Zauber? An der Leiche. Ist da auch noch irgendwo auf, oder? Ja. Ja. Kannst du... Kannst du bestärken. So. Ja. Also für den Boss musst du eine Höhle, die östlich ist. Äh. Jetzt links runter. Links. So, aber... Ne, ich meinte, ich wollte eigentlich erst den Zauber haben. Der liegt doch hier, oder nicht? Ja. Da musst du... Darunter glaube ich. Treppe. Ja. Also... In der Ruin. Ja. Was hier unten drin. Ich weiß, dass hier vorne Dings fliegt. Ja. Da ist der hinterhaltige Splitter. Geil. Aber ich habe gerade noch nicht genug Slots, wa? Äh. Status. Ne. Genau. Und jetzt musst du auf andere Seite fliegen. Ja. 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 Du brauchst ja nicht. Du bist stark genug. Du hast mir das alles gewonnen. Ja. Ich dachte, wenn wir jetzt sofort... Gehen wir ja... Weil hier ist ja nicht mehr viel. Ja. Es gibt so zwei Bosse. Und dann gehen wir nach, äh... Links bei uns. Ja. Können wir ja ausprobieren. Notfalls machen wir's halt morgen dann. Auch so oder anders. Ja. Ja. Einmal heilen. Ja. Du hast recht. Ja. Ja. Aber du kannst auch, äh... Dinger duplizieren, die du nicht mehr dabei hast. Da brauchst du auch nichts für, um die zu duplizieren oder wie? Ne. Hab ich nicht gemacht. Ja. Oh, zack. 20 Charon. Und jetzt hier vorne irgendwo, oder was? Soll das sein, hier unten? Andere Seite von der Kirche. Andere Seite. Also... Gegenüber, gegenüber von der Ruine. Du musst wieder zur Kirche. Ich muss wieder zur Kirche. Und dann halt nicht... Wenn du drauf zureitest, links, sondern rechts von der Kirche. Rechts von der Kirche. Okay. Und dann da irgendwo in der Klippe. Irgendwo in der Klippe. Mama, gib mir Klippe. Hier nicht. Das muss da irgendwo sein, oder? Da. Links war doch ein Feuer. Wenn du jetzt nach links guckst. Jo, da oben. Da ist es. Da ist es. Ach, scheiße. Da kam... Ach ja, genau. Daran erinnere ich mich auch dran. Da kamst du nur von oben dran. Jo, jo, jo. Zu früh runtergesprungen. Ja, danke, Chat. Danke, danke, danke. Danke, danke. Und da ist dann der letzte Boss auf der Insel unten. Oh. So. Guten Tag. Dann gleich oben Kaile zu dem... zu dem... Mage Tower teleportieren. Und da die Bosse machen, oder was? Den Airtree Guardian und... den Reiter. Oh Gott. Gut, war das hier. Äh, den Reiter auf jeden Fall. Scheiße, hier wird er ausgebildet, wa? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da war nicht da. Da fiel ich auch dran. Ich bin vergiftet, ist halt so. Verheiratet. Links. Äh, rechts. Hier runter. Hier weiter. Hier weiter. Hier weiter. Das war die Blume, ne? Ja. Und da. Scheiße, den Gang weiter. Kann gut sein, dass der Gang war. Ich bin leider nicht sicher. Oder lauf ich gerade komplett zurück. Ich weiß jetzt leider auch nicht. Ja. Als wenn ich jetzt wieder hier bin. Ach Gott, Scheiße. Guck, wieso? Einfach geradeaus durchlaufen. Ich bin hier durchgelaufen. Dann links bei den kleinen Bäumen. Perfekt. Da bin ich ja einfach pre-fired, wo lange ich laufen muss. Ehre. Das war nice. Das war das. Ich erinnere mich mich. Ich erinnere mich mich. Ja. Zurück. Dann jetzt. Fort. Nach. Pilot. Port nach Caleb. Zu dem einen Dude links. Und danach machen wir, würde ich sagen, die Südseite von dem Sumpfgebiet mit den vier Leuten da. Ja. Also mit Malefactors, Lakeside und Cliffbottom Catacombs. Ja, der Earthtree Guardian, der dich umgebracht hat, den kann man auch schon noch schnell machen, wenn du gleich so oder so den Reiter machst. Oder? Der Earthtree Guardian, der mich umgebracht hat? Der dich im Training getötet hat. Auf deiner Arbeit. Äh, wir können das probieren. Also der vor dem Baum, wo du hinten hoch springen kannst. Ja, ich weiß welchen du meinst. Ja, absolut. Äh, Geisterstimmung. Wir haben hier Luthel. Okay, mehr habe ich gerade nicht. Und dann ist wichtig. Da, 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 da. Haufen. Haufen. Gut. Haben wir den nämlich auch. Stufenaufstieg. Dann brauchen wir, zack. Damit haben wir genug für den Boy. Und wir gehen jetzt mal hier noch ein bisschen leben. Bedamaged mache ich eigentlich genug. Äh, Flaschenaufwaltung hatte ich keine mehr. Flaschen Verstärkung hatte ich keine mehr. Und das lassen wir so. Und dann haben wir noch die Arzneimischen, wir haben wir auch. Okay, check, 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 check. Und dann, up, up, up. Nach Lens Turm. Ach ja, stimmt. Und den Zauber. Den Zauber lernen. Danke, chat. Danke, 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 danke. Den Zauber lernen. Das ist wichtig. Weil sonst... Hey. Stimmt. Und Flasche. Flaschenaufstieg verteilen. Zack, zack, acht Stück. Ballern. Ja. Aber jetzt den Schießen willst du nicht noch mal machen? Da ich jetzt den Hinter... äh, das Ding für hinten hab, für hinten schießen... Ach, das ist ja okay. Ja, klar, kannst ausprobieren. Hab ich das jetzt einfach gemacht und immer ganz kurz probiert. Ich meinst, dafür renne ich einfach zu Grace, ja. Boss resetten ist ja nicht verboten. Du bist da hin? Ich glaube er muss erstmal ran. Ach doch! Wir haben ihn... wir haben ihn getriggert. Wunderbar. Jawohl, wir haben ihn richtig getriggert. Jawohl. Wir haben ihn richtig getriggert. WTF? Moment. Falsch? das funktioniert nicht so wie ich mir das vorgestellt habe ja da versuchen wir ja da versuchen richtig das dauert so lange absolut okay der ist viel stärker als der andere dann würde ich auch sagen dass er die zeit nicht wert meine rum die da vorne liegen die würde ich noch schon holen aber ansonsten würde ich sagen ab dafür ja okay halt war ja ja okay der krieg hat minus 1 ist schön für den aber das interessiert mich nicht weil wir gehen dann jetzt auf die südseite von der luernia ich vergesse den namen davon immer wenn das ausspricht so und zwar von hier wir gehen hier zum seefeuer von luernia da gibt es lakeside direkt eine dann gibt es oben den also links neben mir quasi hier da konnte man ja hoch moment wo ist der rechts scheiße kann es auch von unten anfangen natürlich steht was nicht hier von hier aus da drauf musst du nicht du kannst du von also du kannst du kannst du kannst auch einfach hier hoch springen da hoch na komm na komm na komm Digger kein ausdauer mehr Alter als wenn ich jetzt darüber geheitet bin und ja die akademie können wir natürlich auch sofort noch machen das heißt ja wir sind jetzt ungefähr bei drei stunden nach rechts hallo danke und rein in die olga auch wenn es in der nähe so sachen die man wissen müsste moment falsche seite ja guck mal da ja guck mal da wie gibt es feuer ist hier ja im arsch schnucki wenn wir meinen wenn wir meine almighty power guck mal eigentlich hätte vielleicht mal heiltrecker mitnehmen sollen wenn ich mal heiltrecker mitnehmen nein stimmt ja hehehe mehr mana gleich mehr damage uuuh komm lass mich raus 5 punkte kada haben wir ja so jetzt da vorne das ist einfach wie alle 187 schreiben warum das verstehe ich nicht das ist ja genau genau weil ich nicht von hinten angegriffen habe oder was ach ne wir haben gerade 187 punkte genau wir haben gerade 187 punkte so lakeside crystal cave ist hier nicht irgendwo was das ist relevant wahrscheinlich nicht da ist ja 1 ach so komme ich da hin einfach mitten durch 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 und die lakeside crystal cave ist vom wasser erreichen klar das wird wahrscheinlich jetzt irgendwo hier unter mir sein hast du nicht den den runenpunkt auf dem see ich habe den runenpunkt ich habe den habe ich ja von da einfach nach ähm südwesten naja stehe jetzt schon an der wand ja ja aber von da wäre es halt südwesten da ist das loch in der wand der höhe und mit loch in der wand meine ich natürlich höhle ich bin auf jeden fall schon zu weit das muss hier vorne irgendwo sein ich stand davor sehr gut stark von mir und ja ich habe andere greys sorry was ist das hier war es jetzt gerade schon dran vorbei ich weiß tatsächlich gerade nicht links hinter dem baum jo diga alter jo ach ihr macht doch nicht den ja leben nehme ich mit ich weiß was ist das eigentlich das ist doch ein fucking allerblatt da kannst du ja sonst wo hinschieben äh flaschen nein so wunderbar wir müssen wahrscheinlich einfach runter glaube ich mal also ich bin unten hast du heiltränk ja achso du bist unten ok ok also wie gerade angekündigt wir müssen da runter ein bisschen langsamer ein bisschen langsamer so zack zack äh noch weiter nicht ja jetzt geht das irgendwie los ouch ouch ne hier war das nicht ich habe leider keine Ahnung wo das war 1 2 3 wer ist denn chat wieder hilfreich STEGGI weist du auf die implizierte anfrage wo es denn lang geht antwortet keiner Snaggy! Ah, guck mal da. Hätten wir einfach durchlaufen können. Nacktsnagge. Ah ja, ich weiß. Hier komm ich... Noch nicht runter, oder? Wo ist der runter? Ich würde es versuchen. Habe ich gemacht. Aber ist hier richtig? Nein Snaggy. Digga, Moment mal ganz kurz. Hey, 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 hey. Haben wir. First Strike. Machen wir. Hier ist ein Drehenger. Wo sind wir? Punktemäßig, oder was? Ne, hast du. Wo du rauskommst. Wo du rauskommst. Wer bist du? Nein. Irgendwie der Sache, den ich noch nicht kenne. Hütte des schlimmernden Wolfes. Das war ich noch nie. Wieviel Amulett haben wir gekriegt? Nützliches. Maximale FP. Okay. Maximale FP. Wobei, das stimmt. So. Dann gehen wir hier zurück. Ne, wir gehen hier hin zurück. Weil im Süden ist nämlich die Stillwater Cave. Da gibt es auch die erste Rüstung, die besser ist als meine. Die Sage Rüstung, ich sage. Da kann man auch einigermaßen durchrennen durch diese Höhle. Aber ganz am Ende sollte man, wenn man die haben will, ein bisschen Gegner machen. Sonst sterbe ich noch nicht. Ich habe gerade 10.000 Runen. Jetzt weiß ich nicht mal, ob die oben oder unten war. Ich glaube, die war auch oben. Ja, ich meine... Also auf... Halbhöhe meine ich damit, nicht ganz oben. Notfalls ist es besser, von oben runter zu kommen, als von unten. Ah. Da ist wieder so ein Baum. Ne, noch nicht. Chat schreibt unten. Chat schreibt unten. Zumindest Mathilde95 schreibt unten. Oh ja, stimmt. Genau. Hier waren die. Da ist sie. Ich erinnere mich. Oh Gott. Wieso sind die Dinger eigentlich alle so dunkel? So. Ich erinnere mich sogar an den Weg. Dann danach Akademie oder was? Danach würde ich erst sagen Cliffbottoms oder wie die heißen. Ah, rechts dann. Genau. Du musst kurz weg. Du musst weg. Da vorne ist noch so einer. Nein. Und da ist auch noch einer. So. Jetzt hier rüber. Hier durch. Hier runter. Und jetzt... So. Ich glaube, hier war noch mehr, oder? Tatsächlich nicht ganz sicher. Da raus. Jawohl. So. Äh... Weil, ich meine... Die war so overall gesehen, war die besser, oder? Oder auch nicht? Nicht mehr? Nicht mehr. Die war besser als das. Geil. Okay. Sicherheits für Opa. Ab, wieder zurück. Schade. Äh... Und jetzt... Oh Gott. Wo war drunter? Darunter? Ich glaube, es war hier runter, oder? Hier die Richtung. Ich meine schon. Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau. Rot lang ging. Ich meine aber hier dann rüber. Und dann noch weiter. Einfach. Ja. Da hat man schon Amerikas. Genau. Hopp. Jawohl, da ist es. Da ist es doch. Lass mich durch den Nebel treten. Stirb. Sehr gut. Geflügelte. Geflügelte. Geflügelte Schwertinsignia haben wir auch. Da vorne kommen wir damit zurück. Und dann... In der... In der Mitte vom See würde bei Nachlon noch ein Deathbird kommen. Okay. Das wäre da ungefähr, oder? Ja. Das ist ein Ticken über den Ruin. Die habe ich. So. Wir haben noch ungefähr 40 Minuten. Den Bird können wir auf jeden Fall noch machen. Die Akademie können wir noch machen. Äh. Was sagt eigentlich Endgame-Timer jetzt? Endgame-Timer sagt eine Sekunde. Wow. Das war richtig schmutz. Endgame-Timer sagt 3 Stunden 8. 1,5 Minuten. So. Dann haben wir hier. Ticken über Leben. Ah ja genau. Endgame-Timer zählt. Der unter Dennis ist nur für Referenz da. So. Jetzt haben wir Nacht. Und auf dieser Insel gibt es dann die Greys. Und... Ah da gab es noch die Handbücher. Da gibt es die Greys und rechts davon ist dann der Deathbird. Und dann machen wir den als nächstes. Stimmt. Wir hätten auch noch den Drachen. Die haben wir machen können. Und? Wenn du vor der Akademie bist bei der Greys, wenn du da rechts runter gehst, ist noch ein Deathbird. Jo. Stimmt. Also wer hier trifft mal Patches wieder. Wenn man den nicht tötet. So. Irgendwo hier ist das. Ja. 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 Ich muss ja viels rein weg. Mal ein bisschen ran. Das gegenwähliger Backstep-Zauber ist jetzt nicht gut. Ja doch aber die Reichweite... Oh 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 oh. Die Reichweite ist nicht hoch genug. Ja. Was ist damit? Wir können schon mal machen. Aber wir machen glaube ich einfach das. So tritt kann ich damit immer. Versuch es mal mit springen das nächste Mal. Okay. Ja. Und der letzte. Boom. Tot. Alles klar. Wieder fünf Kölnchen. Aber wir haben die 200 immer richtig. Nice. 200. Irgendwo. 200. Okay. Auf dem Weg dann ist kein Gegner. Wer bist du da vorne? Knights Cavalry. Rechts. Am Ende der Brücke. Sollten wir machen oder? Ja. Knights Cavalry ist Nacht. Ja. Sieht gut aus. Ungefähr so. Und von da aus könnte man dann... Ja wobei scheiß drauf. Muss ich Dingsbund jetzt mal aufrüsten? Nee glaube ich nicht. Ganz ehrlich. Die Cliffbottom Katakombs sind echt richtig Aids. Ich hasse sie. Welcher Gegner ist denn über dem... Ich renne ja zu Knights Cavalry. Wer sitzt da drüber unter dem Carry and Study Hall? Welchen meinst du? Rechte Seite. Ich renne ja zu Knights Cavalry. Aber davor ist... Unter der Carry and Study Hall ist noch einer. Der mir angezeigt wird im Wiki zumindest. Weißt du wer das ist? Das ist der... Der Seefahrer. Ah. Ja cool. Dann nehmen wir den noch mit. Oh Gott. Die sind ja immer easy eigentlich. Würde ich doch einfach mal sagen. Den nehmen wir mit. Genau. Der Seefahrer ist easy. Dann rennen wir da kurz runter. Aber ganz ehrlich. Die Cliffbottom. Nee. Ich glaube da ist der Weg auch zu weit zu. Ja der Weg ist nicht weit. Ja. Aber ich... Ich glaube wir sollten jetzt einmal von Boss zu Boss rennen. Und auch die... Die High Value Targets noch mitnehmen. Ja. Definitiv. Ich weiß nicht. Also ich... Ich habe gerade keinen Weg vor Augen für die... Die Griffbottom. Oh das ist schlecht. Au. Kann ich mal ganz kurz hier weg? Danke. Okay. Okay. Nein. Fuck. Der hat mich gemaggt. Fuck. 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 Bei der Blackknife Cave sind zwei Bosse in der Höhle. Ich weiß nicht was die Blackknife Cave ist. Aber ich mache jetzt... Ich würde sagen ich mache jetzt erst den hier. Und dann einfach Akademie kurz durchziehen. So lange mache ich es dafür mal nachgucken. Nice. Nice. So ein letzter Try. Ansonsten gibt er mir nicht mehr genug Punkte. Digger. Als wenn ich den gar nicht getroffen habe. Als wenn da noch ein fucking Bär mit dazu kommt. Ich finde der war irgendwie nur ein Blackknife Catapults. Aber da gibt es nur einen Gegner. Schlecht. So was halt. Oh. 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 Ich weiß nicht genau was passiert ist. Aber dann scheiß man drauf ab in die Academy. Oh. Oh. Wollen wir uns aber teleportieren. Achso. Die Blackknife Cave. Damit man ja wahrscheinlich besser wäre die Cave unter... Unter Dings oder? So. Das erste wird wir noch machen. Hier ist ja direkt noch der andere. Der Black. Äh. Der andere Blackbird. Den können wir uns auch noch. Der Deathbird den geben wir uns auch noch schnell. Debate. Aber wirklich. Hop. 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 Easy Snacks. Darüber. Vorne links irgendwas rund der Deathbird. Direkt hier. in den... Das ist hier aber da sitzt. Schon mal gut aus. Oh du kannst ja noch... Du kannst ja neue Tricks. Zu... Das ist schlecht. Eins. Zwei. Zwei. Was war das denn? Geil. Komm mal, komm. Savage with Shade habe ich gefunden, aber der Assassine ist ja nicht eine Boss-Helfer. Oder hat der Assassine eine Boss-Helfer? Tod. Nice. Wieder fünf, ne? Ja, wieder fünf. So, wir machen auf jeden Fall erstmal Doggo und Dings. Und dann können wir... Beim Doggo kriegen wir noch eins. Also Dennis, die meinen die Höhle im Osten von dem Gebiet. Mitte Osten. Äh, welche genau davon? Wie hieß die? Die Blackknife Cave. Äh, Blackknife Catacombs. Äh, was heißt Mitte? Die ist oben links... Da an dem Turm, ja, ist die, jo. Beim Baum, rechts vom Baum. Rechts vom Baum. Rechts vom Baum. Und dann... So, guten Tag. Jetzt sind die schlimmsten beiden Gegner im Spiel, meiner Meinung nach. Ja. Dann können wir vorbei rennen. Hahaha. Mal wie der mir mit seinem Buch eine geben will, alter. Slap. Ja, für Gott auch, oder? Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Denn es hat nur einer geschrieben, wir sollen, wir sollen auch den Kristallinen Caves suchen mit den Kristall Typis drin. Ja, die sind hier direkt links unten drunter. Ich weiß, wo die sind. Vor allem mit, ne, da sind ja auch mehrere drin. Ja, da sind zwei drin. Gegen die drei in Kehle, ich will sie nicht klicken. Das ist richtig. Alter, ganz ehrlich, die können mich, ne. Ne. Gibt's ein paar Gegner. Genauso auch wie rechts die, ähm... Kann ich da mal... Hallo? Den. Nicht den. Ähm... Genauso wie auch die Catacombs, die da rechts sind. Die sind halt auch eigentlich ziemlich cool, weil du da halt so viel Upgrade-Material bekommst für deine Spirits, aber... Die sind scheiße. So, hier können wir jetzt einmal Ding-Ding machen. Leider. Guten Tag. Ich mein, das war... War das schon, das wir dich haben wollten? Deuskomet. Steinsplätschlüssel. tüttüttüttüttüttüttütt tüttüttüttütt kalliersatt tüttündüttütt sistema Guten Tag, Flo. Alles gut. Alles gut. Oh, geil. Ja, funktioniert schon. Hast du einen Hund geholt? Ich habe kurz den Hund gegönnt. Hund, den Hund. Oh, einer noch. Das war's. Ich will nichts sagen, aber der Hund hat gerade besser Agro gehalten als Oleg das letzte Mal, als wir das ausprobiert haben. Das ist richtig, ja. So, jetzt ganz kurz. Ich wollte nämlich gar nicht den Götzen haben, da habe ich gerade noch mal Zeit verspielt. Ich wollte Radagons haben für 8% mehr Cast Time. Gut, also die Unsichtbarkeitswand-Geschichte lassen wir. Genau, genau, die lassen wir. Weil die gibt halt noch mal ein bisschen mehr Damage, aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr als genug Damage mache. Sondern das halt echt cooler wäre, quasi einen Ticken mehr Mobility zu haben. Und einen Ticken mehr Mobility hätte man auf jeden Fall dadurch, dass man sagt, hey. Äh, nimm das. So. Einmal da hoch. Natürlich, fliegt der aber die halbe Map, oder was? Das ist gerade ein richtiger Run. Heute, morgen. Morgen, 18 Uhr ist derzeit. Erstmal. Tschüss. Tschüss. Komm her. Hahaha. Danke. So, haben wir noch ein Schild und Scheiße, ich habe keinen Mana mehr. Noch nicht hoch, ja genau. Einmal links Tür aufmachen. Einmal links Tür aufmachen. Und dann Porten. Bzw. Porten kannst du ja nicht, du bist ja Infight dann. Ja, das ist richtig. Du könntest den halt auch rein Tür, weil so den Schild brauchst du eigentlich nicht. Oder? Du hast bis jetzt noch nicht einmal ein Schild benutzt. Das ist richtig, eigentlich braucht man den Schild nicht. Wirklich einfach durchrennen. Wow, falsch. Egal. Kostet nichts. Außer Ladezahl. Hallo, guten Tag. Gott. Wieso fliegt mein Attack eigentlich nicht so weit? Über die halbe Map. So, nach oben. Das wären jetzt noch mal smakelige 10 Punkte, wenn ich das hinkriege. So. Lass mich Wo ist der Rest? Da vorne kamen Bücher Habe ich nicht gesehen Alter Da sind noch mehr Bücher Natürlich Eigentlich nicht Und eine noch Da bist du Ich habe nicht gesehen Ich habe nicht gesehen Ich habe nicht gesehen Schöne Oh, Bisse. Oh, bist du, geile Hure. Wow. Boah. Hast du die Schmuffs gesehen? Mhm. Und die letzte. Davon. Da. Die dürfen wir anhalten. So. Okay. Erster Angriff ausreichend, nicht vergessen. Diesmal nicht. Nein. 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 Als wenn ich gerade gewannhaut hat. Nein. Das ist belastend. Das ist belastend. Ich hab mich ja wirklich, ob der Abkürzungs-Render oben, also der ist kürzer ja, aber ob der weniger stressig ist als der andere. Ich mein, du bist bei rechts nur an einer Kugel vorbei, wa? Ja. Und die Kugel haut nicht. Ja, der Try sah echt gut aus, aber ich hab's irgendwie, irgendwie war ich zu greedy, hab eine Attacke zu viel gemacht, hätte eigentlich zumindest mein Schild heben müssen, hab ich nicht getan. Ringe, ringe, rotze, man hat's gesehen. Finger als Arsch. Oh, warte, dann müssen wir mich hier. Ganz ehrlich, das ist besser als der andere Weg. Ich schwör, Bruder. Letztendlich würdest du ja eh nur einmal laufen, jetzt wo war die, wo wir den Schild die nicht umbringen würden. Ja. Ich frag mich, ob der, ob Oleg da nicht besser gewesen wär. Ich hab das Gefühl, mit Oleg lief das ohne Probleme. Und dementsprechend. Hallo, Oleg. Ich hab's gesehen, hier hinten irgendwo waren die, da sind wir hergezogen. Wenn du in der Mitte rumrennst, hast du übrigens weniger Chancen, einen Taden zu kriegen, weil die ganzen Fallinsel außen. In der Mitte musst du nur noch achten, dass du da hier nicht weggefeuert wirst. Ich hab's gesehen, wie ich heute nie in der Mitte umgefeuert. Aber ich, denke, das war eigentlich noch討ちょっと zu tun. Ich hab's gesehen, was ich hier nicht so zu tun. Ich hab's gesehen, ich bin wieder rausgefeuert, weil ich nicht so zu tun. Ich hab's gesehen, was ich jetzt hier leben. Ich hab's gesehen, wie gefeuert. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich weiß ja nicht wirklich, ob das so ist, aber vielleicht ist es auch manchmal aber nur das Gefühl. BITTE WAS?! Tja, das war aber ganz schön beschissen jetzt. Das ist aber schade. Das sind maximal 8 Punkte, die wir noch kriegen können. Zu langsam. Um ehrlich zu sein, habe ich das bei mir glaube ich nie gesehen. Die Säge? Säge? Ja. Also das, was dich gerade getötet hat. Das, was mich gerade getötet hat, ist mir auch so nicht bewusst gewesen. Deswegen immer ausgelaufen. Naja. Einfach vom Brockhaus erschlagen, ja. 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 20 Punkte wäre eh viel schöner als 221. Ja, das habe ich nur gemacht, weil wir halt jetzt quasi vorher so eine Koma hatten, weil ich schon mal gestorben bin. Dann ist das auch in der Koma. Ja. 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 Okay. Da vorne ist die andere. Dann nehmen wir das noch mit 1, 2, 3 und 4 Boah, ich kann auch mit drauf gehauen No Da vorne ist jemand Was ist der letzte? Die letzte? Ah, die ist schon da Ok, aber auch Da hat Oleg den letzten Dann kam es prima ein und durch Da hat Oleg Ja Oleg, M&T, ja Warte 1, 2, 3 Ok, sehr gut 1, 2, 3 Nein Die bleiben bei dir Da bin ich nicht nach rechts gekommen Fuck Versuch mal bei ihr einen schnellen Zauber zu nehmen Weil ich glaube, sie staggert immer wieder Ja, aber eigentlich kannst du die Stands breaken Ohne Probleme Ich frag mich halt gerade, warum ich das nicht geschafft habe Beim letzten Mal hab ich die einfach quasi im Stunlock gehalten Kurz für alle, die Der Timer ist ungefähr 15 Minuten falsch Wegen Ingame Ladezeiten werden Ja, wir sind aktuell bei 22 Minuten haben wir noch Wenn ihr es genau wissen wollt Ach, scheiße Du sagst, ich hab ihn ja gar nicht tragen Halber bis 4 Stunden 15 Genau, quasi Okay Wird Hobbisch irgendwie verkackt Leider Wenn sie den Strahl macht, kurz rennen Ich wollte eigentlich nach links rollen Aber das schien nicht zu gehen Gilt ihr eigentlich als ein Boss oder gilt ihr als zwei Weil die Weil du zwei volle Bossleisten machst Frag für einen Freund Was wären es denn dann? 15 Punkte, weil nur eine ein Echo gibt? Zum Beispiel Ne, ne? Ne, das ist glaube ich nur eine Ist ja beides mal sie letztendlich, ne? Ist sie denn beides mal eine sie? Eine ist Renala Die überliegend ist von mir Das andere ist Die überliegend ist Ja Die überliegend ist Ja Nein, das macht nicht Da fehlt doch nix Ok, ich hab wirklich schon den nächsten wieder kaputt gemacht So, Alex ist ein guter Oh, mega Na komm, wo ist denn die letzte? Na komm, wo ist denn die letzte? Oh, die Katze Alter, leck mich doch am Arsch Ganz ehrlich, ich bin legit In all meinen Runs ever In all den playthroughs Nie so oft an der gestorben wie jetzt Lohnt sich nicht mehr, gibt immer noch sechs Punkte Warum sollte sich nicht mehr lohnen Der Timer ist immer noch falsch Also was heißt falsch Also in der Challenge zählt der Ingame-Timer Von dem Charakter, wenn man aufs System geht Und da werden Ladezeiten nicht mitgezählt Der Timer da unter Dennis ist es eigentlich nur dafür da Dass man am Anfang ein leichtes Gefühl hat Wo man gerade ist Ja Circa 20 Minuten mehr als der Timer gesagt Also Bis Ne, war es vorhin ne Bis ungefähr 15 4 Stunden 4 Stunden 15 Und noch 17 Minuten 30 Minus Ladezeiten Das ist krass, dass man 17 Minuten im Ladebildschirm verbracht hat Der hat jetzt immer wieder die letzten 4 Stunden Ja Okay, next try Gibt noch sechs Punkte wenn wir jetzt machen Wär doch was Das heißt nichts Da hinten ist auf jeden Fall noch jemand Alter Da vorne haben wir noch jemanden stehen Da nicht hin Da nicht hin Achso ich dachte du hättest ihn doch fast wieder Okay Okay Halt's Maul Halt's Maul Halt's Maul Tut nicht Als wenn das jetzt Die ist tot Halt's Maul Habe ich die Runde geklappt? Dann sind es fünf Punkte oder? Ich habe sie nicht gemacht oder? Ich habe die eh Dings nicht gekriegt Die zählt nicht Kein Echo Ich habe schon kein Echo bekommen Schade Das ist natürlich schade Oh der kriegt fünf Punkte Ja Ja Belastend Dann habe ich die auch einfach komplett von der Map gegetet Dann bin ich da hingelaufen Habe der ein paar mal meine Steinsteuer ins Gesicht gedrückt Habe gesagt Eat these nuts Und dann war die tot Hast du irgendwas anders gemacht? Hast du irgendwas anders gemacht? Du hast nicht mehr die Startrüstung an Mach dir irgendwas anders? Ich hatte ne ne die gibt nur weniger Rüstung Ne die lebt noch sonst die ist nicht schon tot gewesen Ähm Also ist das jetzt noch fünf Punkte der Run So So Komm runter So 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 4, 1, 5, 4 Nice, guter Hartmann Geh, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Was für's trinken? Zwei schaffen wir noch. Einmal müssen wir noch. Kann nicht wahr sein, Alter. War's das schon? Ja. Ja, zweimal. Ende. So, jetzt rühren wir diesmal wieder drauf zu. Nein. Wir treffen jetzt aber gerade auch immer noch zwei. Ja, geht doch. So, tschüss, Alter. Okay. Das hätte nicht sein müssen. Ja, wir wissen ja, dass es anders geht. Das war irgendwie nicht. Okay. Das war am Lucky, ja. Scheiße, ey. Okay. Wir nehmen als nächstes noch die beiden Cave-Photzen. Könnt man natürlich wirklich nehmen. Also wenn du, wenn du eine schöne Punktzahl haben willst, dann machst du jetzt noch einen Boss, der dir fünf gibt, dann bist du bei 222. Ja. Ja. Also verstehe ich. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage. Ja, ja. Du könntest gucken, ob du den Parfum-Typisch schaffst. Das sind aber zwei dann. Ja, aber soll ich nicht lieber die beiden Kristall-Bitches da unten machen? Ich meine, die sind wenigstens für mein Level und innerhalb meines Level-Gebietes. Ja, klar. Versuch's. Müssten ja mit dem Kometen auch relativ easy sein. Ist ja ein schwerer Attacke, ne? Ist eine schwerer Attacke, ja. Okay. Das heißt, wir gönnen uns mal ganz schnell hier noch. So, und die sind, äh, die Otzen, hier sind die Kristallwälder. Und die sind wirklich an den Kristallwäldern direkt da links in der Wand drin. So, wie lange haben wir noch? Zehn Minuten. Äh, falsche Richtung. Irgendwo hier vorne müsste direkt der Eingang sein. Die vier Stunden beziehen sich auf den In-Game-Timer. Der Timer unter Dennis, der ist, äh, der zählt die Pausenzeiten mit, welche vom In-Game-Timer nicht mitgezählt werden. Gib mir. Gib, gib, gib. Okay, komm. So, die müssen wir jetzt... Die müssen jetzt quasi immer weniger one-hit machen. Ok Gucken wir mal Ich kenne auch die Höhle natürlich wieder mal nicht Was gab es hier? Ah vielleicht kann Chat ja schreiben wo es genau lang geht Ich weiß es leider echt nicht mehr War das nicht irgendwie rechts über so eine, ja da hoch? Ne da hoch nicht Ne hinter dir Hinter mir? Ja gut ich bin ja zwei Sekunden ne Ja ich bin trotzdem tot Ok ich weiß jetzt aber wie lang laufen muss Links Das ist halt schwierig ich bin halt auch zwei Sekunden hinterher Verstehe ich Wenn ich dann hinter dir sage Hast du dich vielleicht schon umgedreht Das ist richtig ja Ja Ungefähr bis vier Stunden 18 geht der Timer noch dann ist Ende So aber sehr gut Ich bin quasi auf dem Dahl gestorben wo man raus muss Ja Ich bin ja aus der Bahn Junge Aus dem Weg Ich bin durch Äh Und jetzt? Hier wird das nicht? Scheiße Oh Gott ich weiß nicht mehr wie das hier weiter geht Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern Das ist so lange her Ja Andere Richtung Nur auf andere Seite Jo moin Jo moin Kann ich da mal kurz durch Das ist dieser große Warum mit viel Licht Oder komm ich da nicht her Ne da komm ich nicht her Ich sehe auf jeden Fall gut aus Hallo Ah Sieht gut aus Jawohl da ist es Einfach weiter Ist aufgeschissen Wir müssen da rein Hi Geh weg Ja wenn ich dieses Gehüpfe schon wieder sehe Geht mir ja schon wieder auf die Eier Kann man irgendjemand erzählen wo gerade mein Boy hin ist Alter ganz ehrlich der ist nicht so geil wie Oleg Nee Oleg wäre doch besser Vor allem gegen die gerade Ja das hilft nicht Ja mit Schwerdrossen die versuchen noch aus schweren Hangern zu kommen Aber die braucht ja nicht viel Die bricht ja dann irgendwann Und dann Und dann Als sie das erste Mal auf dem Boden Jetzt wirst du ja einmal angst Außer du hast du das Dance Break Und ich wirklich Nee Oh Gott an this Vielen Dank Natürlich richtig Aber das hat eine Latte Zählt noch 4 Minuten 10er 10er Wir sind leider 227 10 Punkte 2 Helfbars Wir machen den Drachen noch 3 Minuten Ich probiere den Drachen zu müssen Wieder genau auf die Zeit achten Wir sind jetzt noch genau 4 Minuten Ab jetzt Also bis 14.18 Dagegen könnte der besser sein Tatsächlich Weil ich glaube die greift mir an Olipper so eher so ein bisschen Langsam im Kopf Da will ich nicht stehen bleiben Da will ich nicht stehen bleiben Das wollten wir nicht Ja kein Problem Zählt 2 Minuten noch Ja ok Jetzt wüsste ich nicht Wen ich noch so auf die Stelle kriegen kann Ich würde sagen das war Für den Run jetzt Du kannst ihn noch hoch an die Greys teleportieren Und in die Knights Cavalry machen Stimmt Ich kann es probieren 2 Minuten haben wir noch Achso die Es gibt noch eine andere Ja ok Ja ok Das wusste ich nicht Das ist die die ich hier habe Ist die von der ich nun weiß Das die existiert Ja ich hab die schon wieder vergessen Ok ich weiß leider nicht welche die andere ist Am Nord Haupttor von der Akademie auf der Straße Gibt es noch eine Jo du hast recht Und die gibt 5 Punkte Eine Minute für den Fight Ja Was ist da passieren Mehr außer da nichts wird Otsch Oh Gott. Was ist denn für ne feige Sau jetzt? Du kids bin ich mehr in time. Ja ich halt wirklich. Freutiges Zeitspiel Alter. Ja das war's leider. Das ist es. Ah 20 Sekunden hab ich noch. Mein Nahrung. So geschissen. Der kennt meine Restzeit ja. Ja das sind das. 200 Wie viel haben wir? 232. 232 Pünktchen. Da kann man doch eigentlich nicht meckern oder? Ja 200 haben wir uns vorgenommen. 232 geschafft und als erstes mal Ziel erreicht. Ja würde ich auch sagen. Für das erste ist das in Ordnung. Ja morgen geht's auf jeden Fall nochmal weiter. Da werden dann hoffentlich auch ein paar Sachen mit dabei sein, die besser laufen. Gute Frage Alter. 400 ist auf jeden Fall insane Alter. Ja. Ich frag mich halt auch was die anders gemacht haben. Also was hast du gemacht? Dritter bin ich damit richtig gut. Von drei oder was. Ich weiß nicht wo die aktuelle Tabelle ist. War die nicht auch auf der Seite? Holy hat 452. Pony hat 443. Alter wie kann man 452 Punkte haben? Was hat der gemacht? Was machen die alle? Weißt du? Fangen die an zu spielen und rennen einfach direkt in die erste Hülle rein und machen Boss. Und verlassen sich komplett darauf, dass die ausweichen. No Hitrun quasi. Krass. Ja ne unabhängig davon, dass die keine Magier spielen ja. Also ganz ehrlich auch wenn ich keinen Magier spielen würde. Ich find 400 Punkte ist schon hart insane ey. Du bekommst bei Fias Rittern zum Beispiel 25 Punkte auf einmal. Ja okay. Also das mag schon sein. Das verstehe ich schon. Aber das ist trotzdem. Krass. Parry plus gute Waffe spielen die. Krass ey. Krass krass krass. Krass. Wir gehen auf jeden Fall dann aus dem Spiel heute raus. Mit 432 Punkten. Das ist... Finde ich okay. 2 oder 32? Äh 232. Ja 432 ja. Ah die Rushen ne plus 9 Waffe und dann gehts ab oder wat? Ja. Höchstwahrscheinlich dann plus 9 Zomberstone ne? Oder? Wahrscheinlich ja. Irgendwie sowas. Krass. Zomberstone macht ja auch keinen Sinn. Ne äh. Äh. Ja ich weiß es auch nicht. Ist auch egal. Größten Respekt auf jeden Fall an die. In Sahne ist das. Ja schon krass. Und äh. Ja ich weiß ich hab mein Safecam nicht. Äh mein Ding nicht gespeichert. Ist okay. Ich würd sagen. Ja? Ich würd sagen morgen schaffen wir dann wirklich die 300 ne? Ist das das Ziel für morgen? Ja. Also ein bisschen mehr wär wär schon nett. War so. Ich hab schon gut Zeit verloren bei dem einen oder anderen Ort. Muss ich ja leider mal sagen. Das wird. Boah alter Vater ey. Tja. Das war geil. Marius war auch super heute. Ja find ich auch. Marius vielen vielen Dank dafür dass du mich da unterstützt hast so tatkräftig. Wir raiden jetzt noch irgendeinen geilen Huren. Wir wissen gerade online. Da wir raiden die Freuds. Gut gesaved. Gut gesaved. Boah. Die gucken sich grad noch Schwachsinn im Internet an. Ja. Und da könnt ihr dann noch einschalten. Sagt er Ehre und so weiter. Und ich liebe euch alle. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr morgen wieder. Das sehen wir uns nicht. Ne. Ne. 18 Uhr morgen. Ich freu mich auf euch. Bis dann. Und. Tschüsselü. Ciao ciao. Ihr geilen Menschen. Wir sehen uns zusammen. Wir machen den premises Fragen